Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Cast, sie zu knechten, ins Ohr zu treiben und ewig zu wünschen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, direkt aus der Bibliothek des Silmarillion-Turms, aus dem Elfenbeinturm, der in einem anderen Universum steht, Nerdizist Michael, hallo. Hallihallo. Ja, wieso hast du erraten, dass neben mir der Hobbit-Comic und nochmal der historische Atlas von Mittelerde liegt? Weil du deine Sekundärliteratur sozusagen, dein Reklam des Tolkiens immer neben dir liegen hast. So ungefähr. Hallihallo. Ja, wir wollen heute sprechen über den zweiten Teil der Hobbit-Reihe, nämlich Smoges Einöde oder auf Englisch The Deservation of Smog. Den ersten Teil haben wir ja schon besprochen. Für alle, die es aber vielleicht noch nicht mitgekriegt haben. Wir wollen das so ein bisschen als Build-Up machen für die Power-of-the-Rings-Serie, die ja dann in nicht ganz etwas weniger als 100 Tagen auf uns zukommt. Michael, wir müssen uns da ein bisschen beeilen mit unserer Besprechung, Aller der Ringe und Hobbit-Filme. Aber wir versprechen euch, wir werden das noch rechtzeitig hinkriegen. Und das Konzept dieser Show ist ein bisschen so, dass ich keine Ahnung davon habe, außer dass ich die Filme gesehen und das Hörspiel des Hobbits früher als Kind sehr geliebt habe und Michael sozusagen ein bisschen unser Guide durch Mittelerde ist. Und auf diese Reise wollen wir euch mitnehmen. Und für alle, die jetzt diesen alten Feed wieder mal entstaubt haben und sich gedacht haben, so, was ist denn da auf meinem Game-of-Thrones-Feed plötzlich für eine neue Nummer? Ihr könnt natürlich auch zu unserem Haupt-Feed switchen. Und da findet ihr noch viel, viel mehr von uns. Michael, wir haben gerade festgestellt, wir haben ein Content-Overkill. Wir kommen gar nicht hinterher. Ja, deshalb werden wir demnächst auch so ein Binge-Wochenende machen, wo wir einfach sehr viel für euch aufnehmen, dass ihr dann in den nächsten Monaten nach und nach präsentiert bekommt. Hoffentlich haben wir dich dann wieder zu viel versprochen. Komm doch auf den Alkohol an, den du ausschenkst. Was könnten sie denn aber sonst noch zu uns hören? Und was haben wir denn bei dem Binge-Wochenende vor? Ja, wer sonst noch bei uns vorbeikommen möchte, der geht einfach auf nerdizismus.de und findet da alle unsere Serien, Filmbesprechungen und was wir bisher so gemacht haben. Von Cosplay bis Bill Cosby. Nee, den haben wir nie besprochen. So weit gehen wir doch nicht. Findet ihr alles auf nerdizismus.de. Auch unsere Feedback-Möglichkeiten. Und zwar gerne an die Info at nerdizismus.de. Das schreibt ihr uns ganz klassisch per Mail, damit ihr mir nicht nur für zwei Faktoren Authentifikation nutzt, sondern auch mal für was Sinnvolles. Ihr könnt uns auch ganz modern schreiben über WhatsApp an die 01525-9647709. Oder ihr diskutiert fleißig mit. Und zwar unter Discord, unserem Discord-Server auf nerdizismus.de. slash Discord, wo wir euch immer gerne zu Diskussionen auffordern und mitdiskutieren. Ja, und was findet ihr denn in nächster Zeit bei uns denn generell noch? Neben Star Trek und ich glaube, Star Wars ist gerade keine Besprechung angesagt, haben wir aber auch zumindest Westworld angesagt. Dann werden wir noch über Strange New Worlds weiterreden. Dann, was haben wir noch? Dann werden wir irgendwann über The Orville sprechen. Wir werden über die Herr-der-Ringe-Serie sprechen. Genau hier werden wir darüber sprechen, auch nachdem wir die ganzen Filme gemacht haben. Und, und, und. Also wir gehen echt unter in Content. Ja, wir wollten noch über Prodigy reden. Wir wollten noch über Lower Decks reden, wenn es da mal kommt. Die Orville hast du schon gesagt. Dann steht noch ein Staffel-Review zu Miss Marvel an, ein Staffel-Review zu For All Mankind. Wir haben noch ein Serien-Round-Up. Also ins Kino, du warst schon in Tor. Ich war noch nicht drin. Also es ist, es ist eine Menge los. Es ist eine Menge los. Und deswegen wurde auch mal auf unserem Discord auch mal gefragt, hm, ihr macht ja ab und zu mal auch mal Livestreams und so weiter. Wie kriegen wir das denn überhaupt mit? Deswegen ist es so wichtig, am besten auf vielen Social-Media-Kanälen uns zu folgen. Auf jeden Fall auch auf Twitter. Da sind wir am lustigsten. Auf Insta, ja, da passiert auch ab und zu mal was. Aber das, was auf Insta passiert, ist meistens eigentlich gespiegelt mit dem, was auf Facebook passiert. Ich weiß, für alte, weiße Leute. Aber wenn ich natürlich unsere Statistik angucke, dann hören uns auch hauptsächlich alte, weiße Männer. Also von daher einen schönen Gruß nach Facebook an dieser Stelle. Und von daher ist das immer der beste Weg. Und speaking auf Twitter, wir haben jetzt auch, warum auch immer wir das die ganzen Monate vorher nicht hatten, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, auf Twitter auch Spaces zu machen. Und ich denke, Michael, das sollten wir einfach mal machen für Content, für Serien, für Filme, die wir vielleicht mal besprechen wollen, die aber irgendwie sonst keinen Platz finden. Zum Beispiel bei so einem Serien-Roundup oder wenn wir mal irgendwie über Better Call Saul reden wollen. Da solltet ihr natürlich am besten wirklich uns auf Twitter folgen. Ihr findet uns da einfach, wenn ihr nach Nerdizismus sucht. So, dann hat uns ein etwas Feedback erreicht. Es war klar, dass da jetzt nicht so die Postfächer überquellen. Aber trotzdem hat uns der Alex eine schöne WhatsApp geschrieben. Er schreibt nämlich anlässlich eures Hobbit-Podcastes. Ich hänge an euren Lippen. Michael, ganz hervorragend vor- und aufbereitet. Chris, da ist noch Luft nach oben. Lieber Alex, du hast das Konzept der Sendung nicht verstanden. Ich werde mich nicht darauf vorbereiten, auf die Filme. Ich konsumiere sie und Michael kann mich dann berichtigen. Die Hintergründe waren mir so gar nicht mehr präsent. Vielen Dank dafür und ich freue mich auch auf die weiteren Folgen. Auf den Verriss des dritten Teils bin ich gespannt. Und vielleicht könnt ihr erklären, woher bitte die Schafböcke plötzlich aus Erebor kamen. Okay, an die kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern, aber ich freue mich dann schon drauf, wenn ich die im dritten Teil dann anscheinend sehe. Entschuldigung, bei Schafe muss ich jetzt gerade immer an ein anderes Franchise denken, an den Thor-Film. Ich darf es nicht zu sehr sagen, Schafe, Ziegen. Es ist ein Gag, der manchmal zieht und oft nicht zieht im neuen Thor-Film drin, aber guckt den mal selber auf. Ja, ich habe das schon gesehen bei Spoilers without Context. Okay, ja, aber danke für dieses Feedback. Allerdings war ich dann am Ende, nachdem wir den ersten Cast aufgenommen haben und ich mich dann noch wieder weiter in das ganze Thema eingelesen habe, weil es auch schon ein paar Jährchen her, dass ich so tief drin war, muss ich mich doch für zumindest ein paar Dinge korrigieren, was ich letztes Mal so verzapft habe. Entschuldige ich, das Tolkien-Universum ist einfach so unglaublich riesig und so unglaublich umfangreich, dass ein paar Jährchen dazwischen schon genügen und wie beim Schulstoff alles schon wieder zu vergessen, so ungefähr. Deshalb werde ich gleich noch ein bisschen mehr was zu den Zwergen erzählen, wo ich ja letztes Mal so behauptet habe, ab. Tolkien hätte gar nicht so viel dazu geschrieben. Wasser auf mein Haupt? Nee, der hat ganz schön viel zu den Zwergen geschrieben. Ich habe es nur nicht mehr im Kopf gehabt. Okay, das heißt, das wirst du dann irgendwann im Laufe dieses Castes dann unterbringen, deine Korrekturen, oder möchtest du gleich dir etwas von der Seele sprechen? Ja, nee, wir machen das nach und nach, packen wir das rein. Aber ich meine, vielleicht reden wir erst mal generell über den Film, wie uns dieser Film gefallen hat. Und ich meine, er ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen älter mittlerweile wieder. Genau. Hat er sich gehalten oder hat er sich nicht gehalten? Wie hält er sich im Gegensatz zum Buch? Und ist es weiterhin nötig, drei Filme aus einem kleinen Kinderbuch zu machen? Ja, es ist halt ein klassischer Sandwich-Teil, der so in der Mitte hängt. Der Film aus dem Jahr 2013, in der Kinofassung hat er 161 Minuten gehabt, in der Extended Version dann ganze 186 Minuten. Regie wie immer Peter Jackson und auch an den Drehbüchern hat sich gar nicht groß irgendwas geändert. Der Film ist ein bisschen besser angekommen, komischerweise, also komischerweise, weil eigentlich fand ich den jetzt auch ein bisschen schwieriger zu gucken. Wenn man da die Rotten Tomatoes-Scores anschaut, dann hat dann doch der Hobbit 83 Audience-Score und 64 Critic-Score und bei The Desolation of Smoke sind es dann ein leicht höherer Audience-Score mit 85 und ein leicht höherer Critic-Score mit 74. Also das sind ja jetzt auch, weiß Gott, keine schlechten Werte und es ist auch irgendwie kein schlechter Film, aber es ist ein Film, bei dem ich dir ganz ehrlich sage, da habe ich mir jetzt zwar, ihr habt es im letzten Cast ja gehört, nochmal der Vollständigkeit halber diese Box gekauft, aber das ist einfach kein Film, den ich mir auch mal so rausholen würde, um ihn zu gucken und beim Wiedersehen hat es auch das Ganze bestätigt. Ich bin auch hier etwas achselzuckend aus dem Kino rausgegangen, das weiß ich noch und ich weiß noch, dass mir in diesem Film ganz besonders das HDR und die damit einhergehenden Styroporbauten, die also wirklich dann als solches ganz drastisch erkennbar waren, sauer aufgestoßen sind. Das ist jetzt im, ich habe es jetzt zu Hause nicht auf dem Beamer geguckt, sondern nur auf dem Fernsehen, da ist es mir nicht ganz so krass aufgefallen. Ja, ich habe es in der iTunes-Variante mir angeschaut, ich habe irgendwann mal zugegriffen, als es die Trilogie plus die Hobbit-Trilogie für, ich glaube ein 20er bei iTunes war und da hat man dann letztendlich ja auch die UHD mit HDR-Variante und lustigerweise ist mein Fernseher in einen Modus gegangen, wo noch diese Bewegungsglättung dabei war, wo ich gedacht habe, oh nein, schnell ausschalten, schnell ausschalten, das funktioniert bei diesem Film nicht. Auf keinen Fall Bewegungsglättung, dann sieht das ja noch schlimmer aus. Ich muss ehrlich gesagt sagen, also der erste Film, den habe ich in Häppchen geguckt, das habe ich ja letztes Mal gesehen, irgendwie in drei oder vier Häppchen. Das war auch eine ganz gute Strategie. Diesen habe ich in zwei Teilen geguckt, einmal anderthalb Stunden und dann irgendwie zweieinhalb Stunden, je nachdem wie lang es ging. Ich musste mich beim zweiten Teil die letzten zwei Stunden wirklich ranhalten, nicht einzuschlafen. Ich meine, gut, ist sowieso abends, dass ich jetzt öfters vorm Fernsehen einpenn, weil es einfach gerade echt anstrengend ist, auch mit Kindern und Arbeit und allem drum und dran. Aber ich musste mit mir kämpfen, bei diesem Film wach zu bleiben. Ich habe ein, zwei Minuten bestimmt überschlafen, aber ich habe es auch nicht bereut, dass ich diese ein, zwei Minuten überschlafen habe. Es ist, ja, auch wenn der einen besseren Audience-Score hatte und ich glaube, ich fand ihn damals im Kino sogar etwas besser als, nee, ich fand ihn, glaube ich, nicht besser als Teil 1. Ich finde Teil 1 immer noch besser, weil er ja im Buch dran ist und hier muss ich mir immer nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was die alles gemacht haben, um diesen Film unnötig in die Länge zu ziehen. Und da ist wirklich so einiges dabei. Ja, der Film hat auch, kleiner Funfact am Rande, diesen holprigen Titel, ne, das ist natürlich auch so eine Sache, die ist auch im Deutschen dann dem einen oder anderen ein bisschen aufgestoßen. Zum Beispiel sollte der Film ja auf Deutsch erst die Einöde von Smaug heißen. Ah, okay. Und dann hat sich aber ein Deutschlehrer, der auch gleichzeitig irgendwie im Vorstand der Tolkien-Gesellschaft ist, gemeldet. Das ist aber grammatikalisch falsch. Und Gott sei Dank haben sie ja dann nicht das Deppen-Apostroph dran gemacht, was ja gerne bei einem S gemacht wird, sondern sie haben dann eben gesagt, okay, eigentlich müsste es dann die Einöde des Smaug heißen, grammatikalisch direkt, das ist aber auch blöd. Also hat man dann Smaugs Einöde eben raufgesetzt, wobei ich halt immer denke so, der Einöde, ich meine, er hockt halt da in diesem, ja, ich habe es mir notiert, in diesem völlig Dagobert-Duck-artigen Geldspeichermäßigen Berg von Gold, der, wenn dieses Gold jemals in Umlauf kommen würde, die komplette Wirtschaft von Mittelerde zusammenbrechen würde, weil dann nichts mehr einen Wert hätte. Also da können wir auch gleich nochmal ein bisschen über diesen riesigen Goldhaufen reden. Aber ja, was soll ich sagen? Ein Mittelteil, das habe ich gerade gesagt, ich fand es halt so lustig, dass er dann erstmal wieder mit dem Peter Jackson Karotten-Bugs Bunny-Kameo losgeht. Das ist mir im Kino irgendwie gar nicht so aufgefallen oder ich habe es vergessen. Aber was mir dann gleich so unangenehm aufgestoßen ist, dass wir schon wieder innerhalb der ersten zwei Minuten gleich mal mit Gandalf und auch dann mit Thorin A, mehr oder weniger Aragorn-Tänzelndes-Pony-Copycat haben, wie einiges Copycat in diesem Film ist, finde ich. mehr als noch im ersten vom Herrn Ringe. Und wir kriegen halt schon wieder so eine Exposition-Bombe. Und was ich mich dann gefragt habe, ist halt, passiert eigentlich in dieser Welt irgendwas, bei dem Gandalf nicht seine Finger im Spiel hat? In der Zeit in der Tat wenig. Offensichtlich, ja. Ja, in den großen Ereignissen ist Gandalf immer dabei und führt die. Weil er ja auch als einer der Zauberer die Aufgabe bekommen hat, die Verteidigung gegen Sauron weiter durchzuhalten. Und das macht er ja auch. Der mischt sich überall ein. Und als einer der Zauberer, die dann auch wirklich am Ball bleiben und wirklich ehrenhaft bleiben oder sich nicht in die Wildnis verziehen, nicht wie Saruman böse werden, ist der die letzte Bastion von mehr oder weniger Valinor, die gerade noch aktuelle Infos hat. Jetzt musst du mal kurz sagen, Valinor, was ist das denn? Das ist der Teil der Welt, wo die Götter leben. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon noch mal erzählt. Die Sage gilt ja vom Silmarinion her, dass Eru Iluvata, oder wie er jetzt hieß, ich bin mir gerade nicht mehr Sache, Eru, der eine, hat die Welt erschaffen und hat zuerst die Götter geschaffen, von denen zum Beispiel, die die Welt dann weiterhin geformt haben und vorbereitet haben, bis die Elben gekommen sind. Und in der Zeit, in dem ersten Zeitalter, vor dem ersten Zeitalter, gab es einen großen Krieg zwischen den Göttern quasi und dem Ultrabösewicht, nämlich einem der Götter, der böse geworden ist, Morgoth, in dem die Welt neu geformt wurde. Dann sind irgendwann die Elben erwacht. Und dann ging es in Mittelerde weiter, während die Götter sich in ihre eigene Welt verzogen haben, in ihren eigenen Teil der Welt, auf einem anderen Kontinent. Und irgendwann nach dem zweiten Zeitalter, durchs Finale vom zweiten Zeitalter, wurde genau dieses Valinor der Welt enthoben, wo man früher über das Wasser normal fahren konnte, um die heiligen Lande zu erreichen, wurde dann durch den Gott quasi die Erde neu geformt, dann wurde sie rund und man konnte nicht mehr auf geradem Weg in die Welt der Götter rübergehen. Und Gandalf ist ursprünglich auch, hatte ich glaube ich letztes Mal auch erzählt, einer der Maya, also einer der Götter, der ganz viele verschiedene Namen auch schon vorher hatte, aber in Mittelerde als Gandalf aufgetaucht ist und seitdem in dieser Gestalt auch rumgewandert ist. Das heißt also auch, Gandalf kann seine Gestalt wechseln. Das ist eine schöne Überleitung zu Beon. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Er ist in dieser Gestalt aufgetaucht. Also die Maya sind mehr oder weniger die unteren Götter. Es gibt die Valar, quasi die Hauptgötter, wo so was der Gott des Windes und der Gott der Erde und sowas dabei ist. Und dann gibt es die Maya, die eher unteren Götter, die aber auch vom Anfang an dabei sind, die irgendwann auch gewisse Formen annehmen und in diesen Formen bleiben. Zum Beispiel die Balrogs. Das sind auch ursprünglich Maya gewesen, die aber sich Morgos, dem ursprünglichen Bösewicht, angeschlossen haben, wo Sauron ja eigentlich auch nur ein Diener, quasi der erste Offizier der Armee von Morgoth war. Sauron war auch ein Maya, soweit ich das weiß. Kein Valar, sondern ein Maya, einer der unteren Götter, der dann quasi die Stellung von Morgoth eingenommen hat. Und da gibt es halt die verschiedensten und einer sind zum Beispiel die Balrogs, die auch Maya sind, aber es gibt auch die Maya, die auf der guten Seite geblieben sind und das sind zum Beispiel die Zauberer, die nach Mittelerde rübergegangen sind. Und ich weiß nicht, ob sie unbedingt eine neue Gestalt annehmen können oder wollen, solange sie in unseren irdischen Gefilden sind. Das vielleicht nicht, aber zumindestens, wenn sie zurück in die Welt der Götter gehen, dürften sie wieder die ganzen Kräfte haben, die ihnen ursprünglich zugeteilt worden sind. Also das erst mal so grob erklärt. Es ist natürlich, ich habe jetzt mal die Laien-Version genommen. Experten werden mich wahrscheinlich schlagen für die Begriffe, die ich gerade genutzt habe, aber ich möchte es jetzt natürlich auch noch ein bisschen übersetzen für alle, die nicht so tief in diesem Tolkien-Lore drin sind. Und Gestaltwandler ist ja dann jetzt auch das Stichwort, das uns zu unserem ersten größeren Hauptplot bringt. Wir haben ja unsere Reisegruppe verlassen, als sie von den Adlern vor den Orks gerettet wurde. Und wir sehen jetzt hier in der Eröffnung, wie also Gandalf den Schlüssel von Train, glaube ich heißt er, zu Erebor an Thorin gibt, der auch dann das Ganze in Gang bringt. Und da fällt mir dann eines, ich greife jetzt ein bisschen vor, zu dem Arkenstein später hinten. Aber da ehrlich gesagt fehlt mir ein bisschen bei der ganzen Expositionsbombe oder ich habe es irgendwie verpennt, aber eigentlich nicht. Was ich mir nämlich so notiert habe ist, warum machen wir denn den ganzen Spökes eigentlich überhaupt? Das heißt so dieses Element, dass der Arkenstein benötigt wird, damit Thorin überhaupt Anspruch erheben kann, die Zwergen, Königreiche oder alle wieder zu vereinigen, das kommt mir irgendwie so ein bisschen zu kurz. Also warum der den Stein jetzt so dringend braucht. Und dafür, dass dann, und das ist eine der Schwäche dieser ganzen drei Teile, dafür, dass dann der Namensgeber doch sehr sekundär durchs Bild tapst, geht so dieses, der McGuffin, der Reason Why halt irgendwie unter. Und deswegen bin ich auch so emotional überhaupt nicht involviert in die ganze Geschichte, weil ich weiß, dass der den braucht. Aber es wird mir halt überhaupt nicht gesagt, die Wichtigkeit dieses Steins ist gar nicht klar. Und deswegen fand ich auch diese Exposition am Anfang so doof. Ich dachte, ja, jetzt weiß ich halt, dass der noch lebt und dass er den Stein, wo das er lebt, erfährt man ja später, aber dass er jetzt den Schlüssel da kriegt. Aber warum, wieso der ganze Scheiß überhaupt losgeht, das wird eigentlich nicht wirklich klar. Also dafür muss man zumindest im Buch so ein bisschen in die Geschichte der Zwerge einsteigen. Der Arkenstone, der Arkenstein, der hat eigentlich gar nicht diese Riesenbedeutung, wie die ihm im Film zugekommen ist. Ja, er ist ein wertvolles Juwel und er ist ein was einzigartiges. Und er ist zum Beispiel auch das, was Thorin, dafür würde Thorin seinen ganzen Schatz quasi abgeben, nur um den Arkenstone zu bekommen. Aber er hat jetzt nicht so unbedingt die gleiche Bedeutung wie der Ring. Sowas in der Richtung. Das ist auch so ein bisschen das Problem an der Geschichte, weil der Ring steht für die Bedrohung von ganz Mittelerde. Der Arkenstein ist ehrlich gesagt Personal Business. Ja, genau, genau. Und den findet Bilbo auch per Zufall eigentlich im Buch nur und fand ihn als einen schönen Stein. Ihm war, glaube ich, im Buch gar nicht bewusst, dass es am Ende der Arkenstein ist. Und er nutzt ihn quasi als Druckmittel dann am Ende, um Thorin einzulenken. Nun gut, in den Büchern war es zumindest so, dass die Zwerge sich irgendwann auf dem einsamen Berg niedergelassen haben. Ein Teil der Zwerge. Sein, ich glaube, der Großvater von Thorin war das Thor, der übrigens auch im Besitz einer der sieben Zwergenringe war. Das wird hier gar nicht erwähnt in diesen Filmen. Dass Thor und Thryan, glaube ich, im Besitz einer der sieben Zwergenringe waren. Also, Sauron hat ja die sieben Ringe erschaffen. Und ich hoffe oder ich denke mal, das werden wir so ein bisschen auch noch in der Serie erfahren. Und hat halt sieben davon den Zwergen gegeben. Während die neun, die den Menschen gegeben worden sind, die Menschen so unterjocht haben, ging das so mit den Zwergen nicht wirklich. Also, Sauron hatte nicht dermaßen Kontrolle über die Zwerge, wie er über die Menschen hatte. Trotzdem ist zum Beispiel so was wie Habgier oder die Sucht nach Reichtum dadurch gesteigert worden. Nun gut, die sind zum einsamen Berg, haben da Schätze gehäuft bis zum Gehtnichtmehr, was so ein bisschen auch, soweit ich es im Kopf habe, dann die Schuld des Ringes war, durch den Thor hatte. Und das hat dann die Begehrlichkeit von Drachen geweckt. Und vor allen Dingen von einem der größeren Drachen, der Smaug, der da hingekommen ist, um den Schatz für sich zu horden. Hat die ganze Sippe vernichtet. Thorin war zum Beispiel in den Büchern gar nicht in den einsamen Berg als Smaug angegriffen hat. Der musste also da nicht wirklich fliehen. Es waren nur Thor und Thryne, die da waren, also der Vater und der Großvater von Thorin, die durch die Hintertür abhauen konnten. Und dann verschwunden sind und in alle Welten rumgezogen sind. Und die haben sich dann danach so ein bisschen in den blauen Bergen wieder niedergelassen, so ein bisschen waren sie verstreut. Aber die Sehnsucht, die eigenen Schätze wiederzubekommen, war dann doch so hoch, dass die das irgendwann unternommen haben. Auch durch den Einfluss von Gandalf, der das ganz stark mit geprägt hat, um ein Bollwerk gegen das Wiederaufkommen des alten Feindes zu schaffen. Weil das war natürlich, da oben war das eine recht wichtige Stellung, dass die Zwerge das wieder einherhalten und nicht das quasi durch Sauron wieder eingenommen wird, weil Smaug auch einer der Diener von Saurons theoretisch wäre. Und deshalb ist es für Gandalf wichtig, die Zwerge zu pushen, diesen Berg zu befreien, was aber im Film so ein bisschen anders dargestellt wird. Deswegen ist die Motivation so ein bisschen dünn an der ganzen Geschichte. Und was ich mich noch erinnere, war, und da habe ich mich wirklich ein bisschen geärgert, da packt man so viel zusätzlichen Kram in diese drei Filme rein. Und dann gibt man einer Figur wie Beon, der im Buch ja durchaus ein bisschen Raum einnimmt und wie sie da hinkommen und so weiter, den verändert man dann irgendwie zu so einem, ja, weiß ich nicht, komischen Wesen. Man lässt diese ganze nette Geschichte, wie Gandalf ja das praktisch die Geschichte der Reisegruppe erzählt und dann nach und nach diese Zwerge einbinden. Das wird völlig abgekürzt. Das hätte man doch schön inszenieren können, auch ein bisschen humoristisch mal inszenieren können. Stattdessen macht man dann später so komische Comic-Geschichten bei dieser Flussfahrt. Und auch diese ganze, ja, der wird dann so King Kong-mäßig am Anfang dargestellt. Also das hat mir irgendwie überhaupt gar nicht gefallen. Das lag auch zum größten Teil daran, dass ich mir diesen Beon schlicht und ergreifend viel freundlicher immer vor. Also grumpy old man, aber halt freundlicher am Ende des Tages. Ja, die Beon-Geschichte, es ist so ein bisschen, zumindest war ich froh, dass sie Beon mit reingenommen haben. Er ist jetzt nicht, es ist so ein bisschen die Parallele zu, für mich immer gewesen zu Tom Bombadil im Herr der Ringe. Die haben ihn ja nicht mit reingenommen, weil er einfach irgendwie nicht in den Ton des Films reingepasst hätte, weil Tom Bombadil ja schon eine komische Gestalt ist. Und Tom Bombadil hilft der Reisegruppe ja auch weiter, indem sie bei denen einkehren. Und das ist so ein bisschen Luft holen, was sie bei Beon machen. Und in dem Buch auch gar nicht, ja, natürlich sind sie weiterhin verfolgt gewesen von den Orks oder Goblins eher im Englischen, aus dem Nebelgebirge. Aber es war im Buch definitiv nicht so, dass sie weiterhin von dem Weißen Ork oder von einem Stellvertreter des Weißen Orks gejagt worden ist. Der Asog, der Verheerer oder wie er im Deutschen heißt, ich bin mir nicht sicher, der ist im Buch ja schon, hatten wir letztes Mal auch schon gesagt, der war ja nur in der Nebenzeile erwähnt worden. Und der ist eigentlich in dem Krieg, der vorher stattgefunden hat, in dem auch Thror, der Großvater von Thorin gestorben ist, auch draufgegangen. Weil, und das ist eigentlich auch das Interessante, nachdem die Zwerge aus dem einsamen Berg vertrieben worden sind, gab es nämlich zwischenzeitlich einen der eigentlich größten Schlachten der Zwerge und der Orks überhaupt. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, war es, ich habe es mir letztens alles nochmal durchgelesen, das ist schon wieder ein paar Tage her, weil unser letzter Cast ja auch ein paar Tage her ist. Aber letztendlich ist das eine der Gelegenheiten, wo die sieben Zwergenvölker plötzlich wieder zusammenkommen, um gegen die Orks zu kämpfen. Und in diesem großen Kampf ist auch Azok gefallen und ist auch Thor gefallen und ist ein Großteil der Orks auch gefallen. Und ich glaube, das ging rund um Khazad-Dum, also Moria auch rum. Von daher, das hat noch eine größere Nebengeschichte. Ach, da kann ich übrigens dann nochmal ein klein bisschen ausholen, weil ich habe ja letztes Mal gesagt, der hat gar nicht so viel, Tolkien hat gar nicht so viel zu den Zwergen geschrieben. Nee, er hat ziemlich viel geschrieben. Er hat viel in Nebenwerken geschrieben, er hat viel in Nebensätzen geschrieben und in ein Anhängen und Ähnliches. Während es vielleicht im Silmarilliam einem nicht so vorkommt, dass die Zwerge eine so bedeutende Rolle einnehmen, haben sie in seinen anderen Schriften das doch eher genommen. Die Zwerge nehmen so ein bisschen eine Sonderstellung in dem ganzen Rahmen von Mittelerde ein. Denn während die Elben die Erstgeborenen sind, die von Iluwata kamen, die von Iluwata nach den Waller angekündigt worden sind, und die Menschen, die Zweitgeborenen, quasi die zweiten Kinder, während die Elben an Mittelerde und die Erde insgesamt gebunden sind, und auch wenn sie sterben, nie die Weiten dieses Raums verlassen, haben die Menschen so ein bisschen den Vorteil, dass sie mehr oder weniger Seele besitzen und keiner weiß, was mit den Menschen nach ihrem Tod geschieht. Aber sie können den Rahmen von Mittelerde verlassen und dürfen alles Mögliche machen. Das wurde angekündigt von Iluwata, dass die nach und nach kommen werden. Aber einer der Götter, einer der Waller, und zwar Aule, der Schmied, der wollte nicht so ein bisschen warten. Der hatte keine Lust zu warten und hat dann im Geheimen nämlich für sich die Zwerge erschaffen. Bevor die Elben überhaupt auf der Welt waren, bevor die überhaupt angekommen sind, hat er sich das Volk der Zwerge geschaffen. Das hat aber der Gott, Iluwata, dann bemerkt und hat gesagt, ja, das ist eigentlich, ich habe dir verboten, Leben zu schaffen und weil du sie geschaffen hast, sind es eigentlich nur wie Puppen, die nichts zustande bringen, außer quasi dich zu kopieren. Aber weil dein Herz so dermaßen an dieser Kreation hängt, möchte ich ihnen auch Leben geben und sie haben eine Stelle in der ganzen Welt von Mittelerde sicher. Allerdings dürfen sie erst kommen, nachdem die Elben erwacht sind, weil das meine ersten Kinder sind und die zuerst auf dieser Welt auftauchen. Also wurden die sieben Zwergenväter, die Aule geschaffen hat, in der Erde vergraben und mussten in ihren Gräbern warten, bis die Elben aufgetaucht sind. Und dann sind nach und nach die aufgewacht und haben sich in den verschiedenen Bereichen von Mittelerde so ihre Königreiche, die sieben Königreiche aufgebaut. Und man könnte jetzt sicherlich jede Menge zu den sieben Elbenzwergenvölkern sagen, dafür weiß ich leider nicht genug, um das jetzt so auszuführen. Aber nur Teile von denen haben überhaupt irgendwie Einfluss gehabt in der ganzen Geschichte von Mittelerde. Und eine der ersten Städte, wo die Zwerge überhaupt unterwegs waren und wo die ihrer Heimat aufgebaut waren, das war Khazad-Dum, das war Moria. Was dann im Laufe der Jahre immer wieder stark umkämpft war. Einerseits von den Orks eingenommen und die Zwerge wurden vertrieben und dann haben sie es sich wieder geholt und dann wurde es wieder vertrieben. Und es wird so in der Geschichte erwähnt, irgendwann, wenn es zum Ende aller Zeiten zukommt, dann können die Zwergen sich wieder in Moria breit machen, in ihrem ursprünglichen Zuhause und da bis zum Neuschaffen der Welt leben. Und das ist jetzt so ein bisschen mein kleiner Umfang der Zwergengeschichte, an den ich mich jetzt erinnern kann und den ich hier jetzt so mitteilen kann. Aber durchaus gibt es quasi fast, was ich letztens noch in Videos gesehen habe, zu fast jedem der sieben Zwergenväter und den sieben Zwergenvölkern irgendeine Geschichte, die ganz, ganz lange ausgeführt wurde. Allerdings ist es mehr bei den Zwergen so, dass die deutlich abstrakter und für unsere westliche Welt fremdartiger sind als alles, was wir sonst in Tolkiens Welt so mitbekommen. Und deshalb kann man sich auch, es ist so ein bisschen, als würde man klingonisch sprechen, alles, was die Zwerge so haben. Irgendwie alle Orte, die die haben, haben ganz klingonisch klingende Namen und die kann man sich entsprechend echt, die kann ich mir zum Beispiel ganz, ganz schwer merken. Ja, wir hatten ja beim letzten Mal auch gesagt, dass die Zwergen hier so ein bisschen klingonisch aufbereitet sind. Ja. Als wüsterer Bauken, die ja so gerne trinken und singen und auch viel Ehre und viel Feind, viel Ehre. Ja, ja, also wir waren beim Beon gewesen, der hat mich an der Stelle ein bisschen gestört und er hasst ja auch Zwerge, sagt er, wahrscheinlich, weil er das alles lernen musste in der Schule, was du jetzt gerade wusstest. Deswegen hasst er das. Was ich mich allerdings gefragt habe, wer ist denn dieser Beon und warum weiß er denn zum Beispiel alles über den Nekromanten, aka Sauron? Also da weiß irgendwie, also es gibt so selektive Personen, die wissen immer so alles. Ja, ja. Ja, das sind so Wesen in dieser Welt, die schon lange da sind und die auch ein unbestimmtes Alter haben und die eben entsprechend viel mitbekommen, das Ganze. Also ich habe Beon wirklich durch die Bücher, durch den Hobbit immer so in Erinnerung als auch so den grumpy, aber sympathischen Bärenmenschen. Und ich gebe dir völlig recht. Ich habe es auch total vermisst, diese Einführungen, die die im Buch haben. Ich kann es verstehen, warum sie es in den Filmen nicht gemacht haben. Es ist eine ganz andere Tonart, als sie hier aufgenommen wurde im Film und es zieht sich auch so ein bisschen, aber es macht halt Spaß, das Ganze zu lesen, weil wirklich Tolkien sich Zeit nimmt und Gandalf am Anfang sagt, wir dürfen nicht einfach so mit der Tür ins Haus reinfallen, sondern wir müssen uns einen nach dem anderen vorstellen. Und er macht es auch so auf diese Art und Weise, wie wir sind unterwegs und wir zwei kamen hier vorbei und waren mit unserer Truppe unterwegs. Moment, zwei sind doch keine Truppe. Genau, zwei sind doch keine Truppe. Und dann geht er, ja, ja, ich weiß, da hinten kommen noch zwei, die gehören zu unserer ganzen Bande. Hä, aber vier sind doch immer noch keine Bande. Und dann nach und nach kommen die immer weiter, bis wirklich alle 13 Zwerge da sind und Bärum das so langsam akzeptiert hat, dass alle auch bei ihm einkehren. Und dann schlafen die ein paar Nächte bei dem und hören in der Nacht immer so ein bisschen das Gekraule, was seine Bärengestalt macht. Aber es ist jetzt nicht so wie hier, dass man auch wirklich aktiv den Bären sieht. Ich glaube, das Einzige, was man im Hobbit von den Bären mitbekommt, ist an der Stelle, wo die die Ponys abgeben, kurz vorm Düsterwald. Weil Gandalf den ganz klar sagt, ja, wir sollten die nicht behalten. Der Beon sieht alles und wir sollten uns Beon nicht zum Feind machen. Und dementsprechend nehmen die die Ponys nicht mit in den Düsterwald und ziehen so weiter. Für filmische Zwecke musst du Dinge ein bisschen dramatisieren. Ja. Schon klar. Aber das zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch diese drei Filme. Dadurch, dass es halt ein Kinderbuch war und ist und da halt auch ein bisschen zum Einschlafen gedacht ist, sind da, glaube ich, viele Dinge drin, die halt einfach jetzt hier im Film Actionpart sind, die halt ursprünglich einfach kein Actionpiece waren. Und deswegen wirkt es dann so ein bisschen reingeschustert und reingequetscht und fügt sich nicht organisch ein. Aber wir kommen natürlich nicht um das Movie-Trope schlechthin rum. Das heißt, wenn jemand sagt, bleib auf dem Weg, weißt du natürlich, das ist, eigentlich meint er dann, verlass den Weg. Ja. Ist natürlich so. Und da in Mittelerde anscheinend kein Wald gefahrlos zu betreten ist und der da auch sogar noch Düsterwald heißt. Und Gandalf, das habe ich ja im Buch, als Kind ja, in dem Hörspiel wird das ja nie erklärt. Da wird dieser ganze Nekromanten-Part, den gibt es ja im Buch auch nicht, aber er wird ja wenigstens ein bisschen erwähnt, der fällt da völlig raus. Das heißt, wenn du das Hörspiel hörst, dann ist Gandalf eigentlich irgendwie so der Dude, der eigentlich, wenn die Zwerge ihn am nötigsten brauchen, eigentlich immer geht. Okay, der Wald ist jetzt super gefährlich und ihr müsst auf jeden Fall aufpassen, weil sonst kommt ihr da nicht lebend raus. Und ich gehe aber jetzt. Tschüss. Nun gut, der Wald war übrigens nicht immer der Düsterwald. Es wird auch im Hobbit als Nachtwald bezeichnet. Er war früher der große Grünwald. Und erst nach der Schlacht des letzten Bündnisses hat sich Sauron dahin verzogen und hat diesen Wald immer mehr vergiftet. und dementsprechend ist der Teil des Waldes, früher der große Grünwald, ist jetzt ein ziemlich unwegsames Gelände, durch das man durch muss. Und weil man in dem Film wohl nicht wollte, dass, also die Reise wird hier auch sehr gerafft dargestellt. Ja. Viele Dinge dauern, du hast es gerade eben bei Beon gesagt, da sind sie ein paar Tage. Auch durch den Düsterwald ziehen sie etliche Tage, denn die Motivation im Düsterwald den Weg zu verlassen, ist im Buch ja, dass sie kein Essen mehr haben und hungrig sind. Ich glaube, es sind sogar Wochen, wo sie in diesem Wald sind. Richtig, sie sind Wochen in diesem Wald und sie haben kein Essen mehr und sind hungrig und sehen dann diese Waldelbenparty und verlassen deswegen den Weg. Ich glaube, diverse Waldelbenpartys. Ja, sie sehen die Waldelbenparty und laufen dann drauf zu und die Waldelben verschwinden aber immer und machen dann 100 Meter weiter die neue Party auf. Und sie rennen immer so hinterher, bis sie dann irgendwann mal von den Waldelben, die im Buch auch sehr albern und fast schon, ja, also mein Eindruck von Elben, bis ich sie dann bei Herr der Ringe im ersten Film gesehen habe, war ein komplett anderer. Für mich war Elben immer auch mit albern. Ja, weil sie werden in dem Hörspiel sehr albern dargestellt, als latent betrunken und eigentlich machen sie sich über die Zwerge nur lustig und so ganz ernst zu nehmen, sind die eigentlich nicht und wollen eigentlich ein bisschen Party machen. Und den Franduil... Zumindest sind es Teile der Elben, vor allen Dingen im Hobbit. Die sind eher diese Spaßgestalten, wie die Spaß-Elfen in den Wäldern so ungefähr. Genau. Und auch der Franduil, zu dem kommen wir dann gleich noch, der wird im Buch ja gar nicht so genannt, sondern der ist einfach nur der Elbenkönig, der Waldelbenkönig fähig aus. Genau, genau. Ja, also da ist die Motivation eine andere. Und was ich mich aber gefragt habe ist, denn hier sieht man, und das fällt mir bei diesem Film einfach ganz deutlich auf, und ich habe es am Eingang schon mal gesagt, und es ist leider auch auf dem Fernsehen nicht besser geworden, man kann halt leider in diesem Film wirklich ganz eklatant sehen, Außenszene, Studio, Außenszene, Studio, Außenszene, Greenscreen, Außenszene, Greenscreen, Greenscreen. Und im Wald ist es richtig krass. Und ich habe mir gedacht, oh ey, dreht das doch in dem richtigen Wald und enhance den dann digital. Das wäre so viel besser gewesen, als dieser komplette Greenscreen-Wald teilweise. Der war echt schlecht. Der war wirklich schlecht. Ja, also, ich meine, im Heer der Ringe hat es ja auch funktioniert. Im Heer der Ringe haben die ja auch viel Wald gebaut. Aber hier ist einfach, wie wir auch schon drüber gesprochen haben, dieses Überbenutzen von TGI, aber auch aus der Historie des ganzen Filmdrehs her, dass die überhaupt kein Skript haben. Und das merkt man diesen Film so dermaßen an, dass viel improvisiert, viel on the fly geschrieben wurde, ist es auch hier mit der Verbindung von praktischen und CGI-Effekten, die einfach nicht so gut funktionieren, wie es im Heer der Ringe in den Filmen war. Ja. Und wie du gesagt hast, auch viel on the fly geschrieben. Und hier ist halt auch die Motivation der Zwerge, den Weg zu verlassen, einfach weil sie dumm sind. Also sie sind halt einfach dumm. Im Buch treibt sie der Hunger an und sie werden dann von den Waldelben gefangen genommen. Und auch die Spinnengeschichte ist ja ein bisschen anders. Und hier sind sie einfach nur dumm. Und ja, das ist halt blöd, weil sie wurden ja aber nicht als besonders dumm eingeführt. Und gefühlt laufen sie im Film ja auch erst 20 Minuten da rum. Ich hab's hier nochmal in meinem Atlas von Mittelerde mit drin, wie lange die denn überhaupt im Düsterwald unterwegs sind. Als die da ankommen, ist es der 25. Juli. Und die sind vom 25. Juli bis 23. August unterwegs in dem ganzen Wald. Und am 15. August, also 25. Juli bis 15. August, kommen sie erst an diesem verzauberten Fluss an, wo die alle einschlafen. Und die so viele Probleme haben. Also es ist schon ein ganzer Monat dazwischen, wie die da durchlaufen. Und ich finde, das hätte es inszenatorisch durchaus gebraucht. Und das gibt's auch nicht in der Extended Edition, was eigentlich schade ist. Da ist zwar dann die Szene mit dem Fluss, wo der, ich glaub, der Dicke, der, genau, einschläft, weil er in den Fluss fällt und sie ihn dann tragen müssen. Bombur. Das passiert ja auch im Buch, aber das ist ja dann auch mit dem Grund, warum sie noch geschwächter sind. Und all das fehlt. Und das ist das, was ich diesen drei Teilen so grundsätzlich vorwerfe und nicht verstehe. Dann nehm ich mir schon die Zeit für drei Teile und dann lasse ich solche Dinge weg, die einfach, das ist wie, ich vergleiche das gerne mit, ähm, mit das Boot. Mhm. Die Serie versus dem Film. Mhm. Ein Teil des Schreckens, den die Bootmannschaft erlebt, ist ja, jetzt neben Krieg und Kriegsverbrechen und blau und überhaupt, ist ja auch, dass vorher in der Serie diese akute Langeweile bis zum Exzess gezeigt wird. Ja. Weil die halt wochenlang auf Feinfahrt sind und nichts zum Tun haben und du hockst da in diesem miefigen Boot und und so weiter. Wir haben übrigens auch mit dem Sebastian vom Discovery Panel mal einen schönen Retro-Podcast zu das Boot gemacht. Schaut doch da mal in unser Archiv, wo wir auch über das Thema sprechen, deswegen will ich da gar nicht so lange ausholen. Aber es wird halt eben gezeigt, dass die wochenlang nichts zu tun haben und sich einfach nur langweilen und dumm im Atlantik rumschippern. Und deswegen wird die Motivation später dann eiskalt zum Killer zu werden, ist eine ganz andere, als wenn ich halt die Zwei-Stunden-Cut-Version nehme, wo es latent so ist, als wäre die Mannschaft halt eine Mörderbande. Ja, weil ich halt eben dieses, dieses, die lecht es halt nach Abwechslung und in dem Fall ist das halt, wie es ist gar nicht hier moralisch jetzt bewährt. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und jetzt habe ich schon hier mir acht Stunden oder nehme ich mir schon fast acht Stunden Zeit, um diese dünne Geschichte zu erzählen. Und dann raffe ich solche Sachen dann am Ende doch, die eigentlich ja eine Bestärkung und eine Hervorhebung der Leiden der Zwerge sein könnten. Wenn ich das inszenatorisch mache, dass die da schon tagelang unterwegs sind, ja, dann ist es doch eine ganz andere Nummer, als wenn ich das Gefühl habe, die laufen seit zehn Minuten und kommen dann auf die Idee, ach, da hinten links ist auch schön. Ja. Es ist einfach so... Du musst nicht sagen, du musst nur sagen, ich habe recht. Ja, du hast recht, aber was die... Ich meine, wir kommen ja gleich noch zu den Stellen, die einfach reingeschrieben worden sind in das Ganze. Die ganze Geschichte mit Seestadt und dem Bürgermeister und so. vergesst doch den Scheiß. Musst du so viel von... Ja gut, ich verstehe es, dass Bart irgendwie eingeführt werden muss, weil er dann nicht nur in einer Stelle der zufällige Krieger ist, der den Drachen abschießt. Das ist völlig klar. Dann hat der Schauspieler auch noch ein bisschen was zu tun. Aber ich meine, wir haben einen Monat, einen Monat Reise in dem Wald, wo Eintönigkeit und verschiedensten Gefahren trotzdem auf die lauern, wo die hingerafft werden, wo die nichts mehr am Ende zu essen haben, wie du es gerade schon gesagt hast, wie in dem Boot, wo die einfach wochenlang ohne Proviant unterwegs sind und ohne große Hilfe und dann völlig verzweifelt sind und vom Pfad abgehen, weil sie einfach diese Elben sehen. Und dann führt man die gefühlten Drittel des Films irgendwas mit Seestadt ein, wo die eigentlich nur in Seestadt ankommen, sagen, wir sind die Zwerge, die wieder zurück zum einsamen Berg wollen und Erebor einnehmen möchten. Und die werden wie Könige gefeiert. Lass uns Seestadt gleich machen. Ja, okay. Seestadt gleich. Wir haben ja noch einige dazwischen. Aber mein Punkt ist, wir haben so viele Dinge, die man fantastisch aufladen kann. So ein Guillermo del Toro hätte sicherlich diesem Teil ein bisschen mehr Beachtung gegeben als Seestadt. Dieser Wald ist verzaubert und dieser Wald ist düster und dieser Wald ist fantastisch. Und das soll man einfach, ich meine, ein bisschen kommt es dadurch an, dass wenn Bilbo den Kopf aus dem Wald raussteckt, dass es da oben plötzlich Licht ist und alle uns unten verwunschen. Ist schon schön. Aber beschäftige dich doch einfach mal mit dieser Zwietracht des Waldes, in dem die unterwegs sind. Zeig ein wenig von der Reise, wie sie es beim Heer der Ringe gemacht haben. Und zeig nicht nur die Zwischenstationen, die eigentlich überhaupt nicht wichtig sind. Ja, ganz genau. Dann haben wir mal wieder Spinnen. An die konnte ich mich überhaupt nicht erinnern, aber die waren schon drin. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung. Ich glaube aber, dass das nicht ganz so krass ist, wie es jetzt hier so aufgebläht ist. Ich meine, dass Bilbo gar nicht gefangen wurde oder so. Und dann gleich mit Stich alle freischneidet irgendwie. Ich glaube, es war nicht ganz so heftig. War das so? Ja, doch. Irgendwie in der Art. Es hat ein bisschen weniger Platz eingenommen, aber die Spinnen waren dann doch ein Teil der Probleme im Wald. Nee, alles gut. Nach den Spinnen kommt das nämlich erst mit den, ich glaube, kommt das erst mit den Partys von den Elben, die die sehen. Ja, das kommt erst danach. Das weiß ich noch. Das weiß ich noch. Das kommt danach. Ich hatte das gar nicht mehr so irgendwie in Erinnerung. Was ich mir aber notiert habe ist, das wird auch, glaube ich, nie wieder erwähnt. Also Bilbo macht dann den Ring an, man steckt den Ring auf und dann kann er die Spinnen plötzlich hören. Okay. Also er ist dann Dr. Doodle. Und als er den Ring aber dann abnimmt, kann er die Spinnen immer noch hören. Weil der Effekt bleibt wohl. Der ist jetzt gebufft. Keine Ahnung. Ja, aber das ist auch wieder dieser Anspruch dieses Films, den Ring als bedrohliches Objekt mit einzuführen, das genau die Probleme hervorruft, die auch im Herr der Ringe zu sehen sind. Das ist eigentlich gar nicht so mit dem Film. Das hat mich auch im Herr der Ringe so ein bisschen immer gestört, diesen Effekt, wenn man den Ring auf hat, dass man wie in einer anderen Welt ist. Ist gar nicht so. Zumindest wird es im Buch nicht so dermaßen krass beschrieben. Im Buch wird es beschrieben, er ist unsichtbar und kann sich fortbewegen und hat auch kein Problem damit. Im Film ist es so, ich darf den kurz aufsetzen, aber das ist so schlimm, in dieser Ringwelt unterwegs zu sein, dass ich den schnell wieder abnehmen muss. Der ist viel, viel länger mit dem Ring unterwegs in dem Buch, weil er das natürlich als nützliches Werkzeug sieht, um sich vor allen Dingen auch in dem Palast der Elben zu verstecken. Ja, es ist alles so ein bisschen unausgewogen, die ganze Geschichte. Ja. Es passt irgendwie alles nicht. Na gut, also dann können sich den Spinnen ja entledigen. Es ist natürlich, also ich frage mich, ich habe ja keine Spinnenphobie, aber wenn du so Spinnenphobie hast, den Herr der Ringe filmen, nicht so. Oder ist es Konfrontationstherapie, das weiß ich nicht so ganz genau. Könnte in der Richtung sein, ja. Und ich habe in Konzeptzeichnungen für die Serie auch schon wieder große Spinnen gesehen. Also das ist ein Ding. Ja, Spinnen sind halt einfach auch ein großer Teil in Tolkiens Welt. Und eine Spinne ist halt auch dafür verantwortlich, dass sich vieles verändert hat, weil die, also am Anfang der Welt gab es zwei Lichter, die auf zwei Türmen unterwegs waren. Die hat Morgos dann zerstört. Die Lichter der zwei Türme wurden dann in quasi Bäumen eingefangen. Es gab diese zwei Bäume, die die Welt erleuchtet haben, die dann später mehr oder weniger zu Sonne und Mond geworden sind durch viele, viele Einzelheiten. Aber diese zwei Bäume wurden auch durch Ungolian zerstört. Das war eine der großen, schlimmen Spinnen, die unterwegs war. Auch eine, ich schätze mal, Ungolian war auch eine Maya. Ja, und die hat nämlich die Bäume, quasi das Licht der Bäume ausgetrunken und die vergiftet. Und da war es erst mal in der ganzen Welt dunkel. Aber zum Glück gab es das, gab es noch Teile des Lichts in Form der Silmaril, wo einer der großen Elben quasi das Licht der Bäume eingefangen hat. und die Edelsteine sind, die vor allen Dingen im ersten Zeitalter für viele, viele, viele Konflikte der Elben, der Menschen und allen zusammen dafür verantwortlich waren. Und das, das möchte ich, das möchte ich eigentlich mal, dieses ganze erste Zeitalter ist so dermaßen spannend und interessant, was da alles passiert. Vor allen Dingen dieser Konflikt mit den Silmaril, warum viele Elben überhaupt nach Mittelerde zurückgegangen sind und von den Göttern mehr oder weniger verstoßen worden sind, weil sie aufgrund dessen, weil die gestohlen worden sind, auch einen eigenen, einen Mord am eigenen Volk begangen haben. Und vielleicht machen wir einfach mal über das Silmarillion und die ganze Geschichte des ersten Zeitalters einen eigenen Cast. Weil das ist, das ist super, super spannend. Einer meiner liebsten Teile der ganzen Tolkien-Mythologie. Naja. Ich glaube, es wird eher ein Monolog sein. Es wird eher ein Monolog sein. Es gibt auch viele gute YouTube-Channels, die das Ganze zusammenfassen. Aber die Essenz des Ganzen, was ich sagen wollte, ist, dass es immer wieder große, eklige Spinnen gibt, die für viel Leid in der Welt verantwortlich waren. Und eine der Urväter der Spinnen, die da unterwegs sind oder Urmütter, die sind halt für ein großes Leid verantwortlich, was irgendwann zu diesem Zeitalter hingeführt hat. Jo. Okay, das halten wir fest. Stattdessen wird uns dann nochmal so ein komischer Patronus eingeblendet, der dann später auch irgendwie, war das dann der Hirsch von dem Franduil oder was? Der muss ja. Keine Ahnung, im Buch war es auf jeden Fall auch ein leuchtender Hirsch. Ja. Okay. Whatever. Gut. Ein fantastisches Wesen, aber das muss ja auch gar nicht mehr bedeuten. Also es ist ein fantastischer Wald und im fantastischen Wald sind fantastische Wesen unterwegs. alles klar. Dann ist entsprechende Spinnen, dann ist das eben so. Okay, Haken dran. Ja gut, also dann überspringen wir mal den etwas künstlichen Studio-Wald und kommen wir dann ins nächste große Setpiece, nämlich die Waldelben, die dann von Franduil, wie gesagt, im Buch ist ja einfach nur der unnamed Waldking, angeführt werden. Der ist auch so ganz anders als Elrond irgendwie und man dichtet ihm dann noch beziehungsweise das weiß ja sogar ich, dass der Tolkien dann nachträglich noch den Legolas da an den Franduil ran gedichtet hat, weil als der den Hobbit geschrieben hat, da gab es den ganzen Spökes ja noch gar nicht. Das kam ja alles erst dann hinten dran. Ja, Tolkien hat sehr viel umgeschrieben im Laufe der Zeit und deshalb gibt es auch heutzutage immer noch Veröffentlichungen und viele Nebenwerke, die sich mit Versionen der Welt und Versionen von Charakteren beschäftigen, wie sie in Mittelerde vorkommen. Galadriel zum Beispiel, da hat Tolkien vor allem auch gegen Ende seines Lebens so viel umgeschrieben, was ihre Herkunft und ihre ursprünglichen Konflikte an ging, dass es wirklich ganze Abhandlungen davon gibt, welche Galadriel denn wirklich im Kanon jetzt drin ist und was man ihr an Eigenschaften zu dichten dichten kann. Ich habe mir vor, nach unserem Podcast habe ich mir viel von dem Buch Nachrichten aus Mittelerde angehört, wo viele diese alternativen Skripte drin sind. Also der hat halt, es gibt die offiziellen Veröffentlichungen, die zum Beispiel Christopher Tolkien der Sohn im Semarillion gemacht hat und die dann in den Kanon eingegangen sind. Aber vieles war gar nicht so dermaßen fertig damit, sondern wurde nur von dem Sohn nachträglich als fertig, als Kanon hingestellt, während Tolkien zu Charakteren wie Galadriel oder teilweise auch, ich weiß nicht, ob es Legolas direkt betrifft, sehr viele Alternativen gibt, wo man sich quasi eine Variant. Wenn wir im MCO-Sprech unterwegs sind, das wären Variants des Ganzen, die hier in Mittelerde unterwegs wären und das bin ich mir bei Legolas gar nicht mehr sicher, auf jeden Fall kommt er im Buch nicht vor. Er ist Teil der Waldelben, die in diesem Teil des Waldes Lebens, das stimmt, da kommt er her. Aber so konkret wurde es in den Büchern nie benannt, dass Frantuil sein Vater war. Ja, dann kommen wir doch vielleicht auch mal zu diesem ganzen Komplex der komplett neu eingeführten Charakter und Storylines, nämlich Legolas in Anführungszeichen neu eingeführt in dieser Reihe, dann Kate von Lost und das Liebesdreieck mit Killy. Jesus, ohne Witz. Also nicht nur, dass nach heutigen Maßstäben Kate von Killy mal sowas von sexuell belästigt wird. Das ist ja unglaublich. Willst du mal sehen, was ich bei der Hose habe? Wärstens eine Sci-Fi Serie, hätte ihr einen Dickpic geschickt. Ja, das kaufe ich halt 0,00000. Nichts davon, keinen einzigen Satz, keinen einzigen Blick, kein einziges gar nichts davon. Löst bei mir auch nur ansatzweise irgendeine Emotion aus, vor allem, weil es halt so offensichtlich ist, dass Lego das halt nur drin ist, weil das die Leute noch vom letzten Mal kennen. Was mir dann so aufgefallen ist, dass irgendwie der Schauspieler vom Bart, der sieht irgendwie mehr aus wie Orlando Bloom als Orlando Bloom. ist ja auch schon ein paar Jahre daher. Ja, aber der Schauspieler von dem Bart, der sieht halt aus wie Orlando Bloom in Flucht der Karibik und so sieht halt für mich, also Luke Evans ist das ja der Schauspieler von dem Bart und der sieht halt einfach aus wie Orlando Bloom in Flucht der Karibik und hier sieht halt Orlando Bloom aus wie Legolas und das ist dann nicht Orlando Bloom, weil der muss aussehen wie Flucht der Karibik. Ich sehe gerade hier, dafür ist das Internet ja wunderbar, ich habe noch mal ganz genau geschaut. Thranduil wurde im Heer der Ringe erwähnt, aber nur im Nebensatz als Vater von Legolas und es gibt vor allem in den Anhängen ein paar Sachen, die dann da aus erzählt worden sind, aber es wurde halt nur nebenbei erwähnt. Aber deshalb Tauriel, diese ganze Tauriel-Geschichte, das ist Studio-Einflussname, das ist etwas, was das Studio Peter Jackson auch aufgetragen hat, so mit reinzunehmen als Element. Da wurde gesagt, wir brauchen Love Interest, wir brauchen wieder eine nette Elbendame, die in irgendwen verliebt ist und dementsprechend wurde dieser Teil der Geschichte unnötig aufgebläht und allen aufgezwungen das mit rein zu bringen und das merkt man an jeder Stelle. Ja, das ist wirklich ein Problem und dann es ist halt einfach auch diese ganze Elbensache auch der Frank Huil der ist halt also auf der einen Seite ist das so badass und so gar nicht elbisch irgendwie also ganz anders als Elrond im Buch war Elrond ist übrigens ein Halb Elb er ist kein Elb also der ist ein Teil einer Rasse wo sich die Menschen mit den Elben vereinigt haben und wo sich der Teil der Elben entscheiden kann ob er unsterblich ist oder Teil der menschlichen Rasse wird und Elrond hat sich entschieden unsterblich zu sein also ich meine dieses ganze Ding also ich meine Tauriel ist halt auch einfach nur der Voker Ausgleich zum alten weißen Mann Tolkien hast völlig recht der musste halt die musste halt dann da rein und Evangeline Lilly heißt sie glaube ich aus Lost die war halt zu dem Zeitpunkt gerade total angesagt und deswegen war sie dann halt auch so hat man sie dann wahrscheinlich auch gerne reingeschrieben von der habe ich schon lange gar nichts mehr gehört was macht die denn eigentlich heutzutage so die habe ich schon lange nicht mehr gesehen Ant-Man and the Wasp richtig das war das letzte richtig wo ich sie mal so ein bisschen wahrgenommen habe exakt genau und im nächsten Ant-Man wird sie auch ja gut okay als Wasp okay na gut also bleiben wir jetzt mal aber hier ja also Frandoil der 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 Badass dann auch später wo er dann noch diesen diesen Elf den Ork dann äh killt naja mit von seinem Leiden befreit und so okay weißt du da werden mir halt diese Elben so eingeführt als bedachte Wesen und dann kommt der um die Ecke und der ist halt auch nur ein geldgeiler Sack ähm die Elben sind wirklich die sind eine edle Rasse und die gehören die sind die ersten Kinder Eluvatas das muss man sagen und sie sind unsterblich allerdings gibt es auch unter den Elben wirklich die unterschiedlichsten Völker die da unterwegs sind ähm von denen die äh als sie im in Mittelerde erwacht worden sind immer in Mittelerde geblieben sind bis zu denen die rüber nach Valinor gezogen sind und dann zurückgekommen sind aber äh durch eine Blutsfäde und welche die dann immer drüben geblieben sind also ähm es gibt in dem Sinne zwar die edlen Elben aber es gibt nicht äh man sollte es nicht unterschätzen wie nah doch auch im Verhalten die Elben den Menschen sein könnten in diesen ganzen Büchern offensichtlich ja und das hat mich dann so ein bisschen irritiert irgendwie so okay äh wenn es jetzt mal ganz knallhart sieht ist er halt einfach nur ein geldgeiler Sack ja also wie halt alles und alle nur geldgeil sind auch auch die die Bewohner von Seestadt waren ja sofort auf der Zwergenseite als es hieß hey es gibt Kohle ja aber es gibt in der Tat auch äh da entsprechende Elben und äh Tauriel nochmal ein wunderschönes äh Zitat von Evangeline Lilly die am Anfang gesagt hat sie wollte diesen Job 2011 nur unter einer Bedingung annehmen wirklich diese eine Bedingung war sie schwört zu Gott ich werde in diesem Film drin sein wenn ihr mir garantiert dass ich nicht in einer Dreiecksgeschichte lande ja dass ich nicht in einer Dreiecksgeschichte lande und es gab keine Dreiecksgeschichte die meiste Zeit des Drehs gab es keine Dreiecksgeschichte als die Reshoots 2012 durchgeführt worden sind wurde es reingeschrieben okay und das war vom Studio auf äh äh wahrscheinlich vom Studio vorgegeben dass da mehr von sowas rein muss also ähm sie hatte eigentlich schon einen recht anderen Plot und dann musste man unbedingt diesen Scheiß da mit reinschreiben weil sie ein paar Executives gesagt haben nee uns ist zu wenig Liebe da drin ich hab ja auch nix dagegen dass die was auf dem Kasten hat was mich halt an diesem Charakter stört ist halt dass es einfach nur ein weiblicher Legolas ist also dann hätte ich halt Legolas weggelassen also und die dafür reingebracht aber nicht beide gleichzeitig und die übertreffen sich ja in Akrobatik und am Ende des Tages können sie halt beiden nur das gleiche und ach hm ja hm schwierig also wirklich schwierig es hat nichts mit der Schauspielerin zu tun der ganze Plot ist schwierig und ich kaufe ich kaufe ihr halt 0,0 ab dass die einfach so durch den Kerker spaziert und dann ist dann irgendwie halt einer von den nicht hässlichen Zwergen und den findet die dann sofort hot nja es ist auch dass auch dass sie unbedingt ich meine ich verstehe dass sie irgendwelche Legacy Characters damit reinnehmen und Legolas hat sich einfach dafür angeboten ähm aber ab diesem Zeitpunkt wo Legolas da mit drin ist hat er genauso wie in Herr der Ringe denkt man muss er mindestens zwei drei Badassim pro Film haben um ihn zu rechtfertigen und das hat mich auch so dermaßen gestört an diesem äh Film und auch in den Szenen wo er und Tauriel zu sehen sind beziehungsweise wo die Elben zu sehen sind hab ich gefühlt ist gefühlt so ein krasser Beauty Filter auf diesem ganzen Film dass es wie Plastik wirkt wie die das sehen in manchen Szenen ist es ist es okay aber gerade in diesen Szenen wo die äh nah an denen dran sind sind die so dermaßen Photoshop geglättet dass es weh tut ja allerdings es tut es tut wirklich weh es ist echt krass und das kommt leider und ich hab bei meinem Fernsehen ich werde nicht müde es zu betonen das solltet ihr alle sofort machen stellt bei eurem Fernsehen alle Enhancer aus alle sofort ne geht jetzt hört jetzt drückt auf Pause äh hier bei diesem Podcast oder wenn ihr es auf Earbuds hört dann geht jetzt hin nehmt die Fernbedienung geht in die Einstellungen und entfernt sofort alle Enhancer oder stellt sie auf die niedrigstmögliche Einstellung es ist die beste es ist die beste Entscheidung eures TV Lebens die ihr jetzt äh machen könnt tut es jetzt ja für alle die jetzt wieder zurück sind weil die wieder zurück sind und äh weil äh man auch ein weil die TV Hersteller denken dass alles wie eine Soap aussehen soll man hat halt diesen Soap Opera Effekt es gibt auch glücklicherweise ähm zum Beispiel bei LG Fernsehern ich hab so ein LG OLED ähm hat man ja diese Voreinstellungen für Bilder so lebhaft und so äh so ein Zeug es gibt auch ähm so ein ich weiß nicht heißt es TSH oder irgend so ein Cinema Modus mit einer speziellen Bezeichnung wenn ihr da drauf geht dann ist das alles abgestellt und das Color Coding ist so wie das Color Coding was wirklich die Produzenten in Hollywood benutzen ja ich muss nochmal die Bezeichnung davon raussuchen aber das ist ein ziemlich geiler Modus und da stelle ich alle meine Filme nur drauf weil die auch im ähm Studio so abgemischt werden mhm ja also das das merkst du auch wenn du ich hab's gleich in dem ersten Podcast schon mal erwähnt ich weiß nicht genau oder mit einem anderen Mal äh ich hab irgendwo mal Herr der Ringe äh in der RTL Ausstrahlung gesehen und auf irgendeinem Hotelfernseh wo du ja da nichts einstellen kannst und da sah es halt wirklich so aus als wäre halt der Gollum einfach so wie ganz früher so auf den Film draufgeklebt also der der sprang dich richtig an und der sah so richtig CGI mäßig aus und ich so nee so schlecht sieht das doch nicht aus und dann bin ich extra als ich dann zu Hause war hab ich sofort die Herr der Ringe äh DVD sogar DVD sogar reingeschmissen hab ich damals auch DVD reingeschmissen und hab ich gesagt nee das sieht gut aus das Licht muss an dieser SD Version beziehungsweise an diesen Enhancern liegen und an diesen Motion Blur Geschichten und was da alles für eine Scheiße drin ist in den Glotzen äh wenn es da eingestellt ist also tut es euch tut euch einen Gefallen und tut es nicht ja genau ja ähm wir waren also bei äh der äh bei den Waldelben und äh dann trifft es ja einen schönen Zufall dass sie auch nur ein paar Tage oder ein paar Stunden ja eigentlich nur eingesperrt sind unsere bunte Truppe und das betrunkene Waldelben dann auch anfangen Englisch zu reden denn deswegen kann nämlich der Bilbo auch dann nur verstehen weil der ist ja nicht gefangen worden äh wie man aus der Waldstadt nämlich rauskommt nämlich über die leeren Weinfässer weil diese Elbensippe ist relativ versoffen das ist eher so das Ballet von der Elb genau und dann kommt etwas was im Buch einfach nur ja wir schleichen uns in die Fässer machen den Deckel zu lassen uns nach draußen schwimmen und sind mal eine halbe Stunde ruhig ist wird hier zum nächsten großen Action Piece und das ist wirklich das ist einfach schlecht also sorry cartoon pur ja es ist cartoon pur cartoon pur und das passt für mich überhaupt nicht rein ich weiß nicht äh was man sich dabei gedacht hat fanden die das witzig diese Fasszene mit Bombur ist das lustig ja man muss ja noch ein bisschen auf den Dicken drauf hauen von daher äh sicherlich deshalb ja aber das die ganze ich fand es nicht mehr so schlimm wie ich es im Kino fand das ist glaube ich das zweite oder maximal das dritte mal dass ich diesen Film gesehen habe und da war ich noch einigermaßen wach aber ja dieser Höllenritt wie so ein äh wie so eine CGI Variante wie in diesen Freizeitparks wenn du in diesen Videosimulatoren äh drin ist wo sich nur die Sitze ein bisschen bewegen und wo sich am Bildschirm dann auf dem riesigen Bildschirm du durch eine CGI Fahrt durchgehst so hat es sich angefühlt und zwischendrin dann immer noch so ein paar GoPro Szenen reingeschnitten ja weil sie irgendwie keine große Kamera oder es damals keine große Kamera gab die man an den echten Fässern hat befestigen können und im Kino ist mir das richtig krass aufgefallen jetzt auf dem Fernseher ging es aber im Kino ist mir das richtig krass aufgefallen dass du halt die CGI Szenen die echten und die Studio die echten Szenen im echten Fluss und die Teile in dem Studio Fluss das war das hast du halt selbst in den kürzesten Schnitten hast du es gesehen ah da war die GoPro wieder das hat man einfach die ganze Zeit gemerkt das war das hat mich echt rausgeholt und es war auch völlig over the top und das sind dann auch artistische Leistungen der Elben wo ich dann ganz ehrlich sagen muss so ah come on come on ja also guter Kämpfer okay aber das ist ja fast schon Marvel DC Niveau das ist ja eigentlich schon ein Superheld eigentlich fehlt ihm nur noch ein Cape aber wir wissen ja keine Capes keine Capes wenn ihr wisst wer es gesagt hat schreibt es in die Kommentare ja dementsprechend die ganze Szene einfach nur anstrengend was ist also ich meine angefangen von dem Dialog zwischen Legolas Tauriel und Thranduil der wirklich peinlich bis zum geht nicht mehr war bis hin zu dieser ja Freizeitpark Simulator Tour bis die dann endlich am Fluss in Richtung Seestadt ankommen es ist es tut weh es tat aber nicht mehr ganz so weh wie im Kino und weil wahrscheinlich weil auch nicht dieser HDR Effekt und alles sowas da war es war dann schon schon besser so ja vielleicht weil man auch wusste was kommt und dann so ja okay muss ich jetzt ertragen ja aber dieses Cartoonische verstehe ich ich verstehe einfach soll das irgendwie so ein Appeal für Kinder sein dass dann so sechsjährige sich dann da kaputt lachen und sagen haha wie lustig ja keine Ahnung aber das zieht sich ja auch durch den ganzen Film durch da ist so dermaßen Slapstick drin in dem Ganzen auch wie hier habe ich mir aufgeschrieben in der Szene wo die den Org da befragen das ist ja auch kurz vor diesem Dialog die Soundeffekte allein wie das von den Schwertern wie Sranduil sein Schwert einsteckt da habe ich mir gedacht ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen wie dermaßen Slapstick und Comic ist das denn das hätte es doch jetzt wirklich nicht nötig gehabt da hätte man auch eine Parodie und eine lustige Musik drunter legen können so ungefähr und das zieht sich durch den ganzen überall Slapstick drin der für mich echt auch wieder in der Tonlage des Films wieder fehl am Platz ist hätte man sich für eine Adaption eine kindergerechte Adaption entschieden hätten wir alles drüber sprechen können aber nicht in diesem Gemisch von Tonalitäten was sie jetzt hier mit reingebracht haben und auch immer wieder ich meine das war das Schöne an Herr der Ringe die hatten zwar dann diese riesigen Kamerafahrten über das Heer drüber und sowas und so ein bisschen schräge Kameraeinstellungen und alles aber hier ist es dann wieder das Gefühl die machen es weil sie es haben jede zweite Szene muss die gleiche programmierte schräge Kameraanfahrt aus der Drohnenansicht von oben sein und damals wurden noch gar nicht so viele Drohnen eingesetzt ich wollte gerade sagen das hatten die eigentlich noch gar nicht so zu der Zeit zu der Zeit waren noch nicht so viele Drohnen aber wenn du denkst dieser leichte Anflug von oben so ein bisschen dieser Establishing Shot wo man dann das Ganze sieht der entweder reinfährt oder rausfährt das sieht alles genau gleich aus nur mit einem anderen Bild davor gesetzt und das ist mir extrem bei diesen Zuschauern da aufgefallen immer wenn wir gerade im Wald unterwegs sind und dann diese leicht schräge Kamera von oben haben oder den Palast der Elben sehen und ähnliches oder sehen wie bei der Flussfahrt die wie Tarzan über die Baumstämme springen es sieht alles gleich aus weil die immer den gleichen Kameraansatz wählen und er ist einfach der ist einfach nicht bodenständig und total unrealistisch führt das um eine Immersion in diesen Film rein zu bekommen Lass uns also den Fluss der CGI Schande verlassen und hin zum überflüssigen Plot in Seestadt gehen du hast es vorhin schon angesprochen wir treffen also Bart wie gesagt sieht eher aus wie Orlando Bloom und der ist halt im Grunde genommen eigentlich nur Aragon 2.0 weil der hat halt einfach die exakt gleiche noch einer noch ein Aragon ja noch ein Aragon ganz genau der hat halt die exakt gleiche Backstory wie die anderen meinen halt auch schon der ist eigentlich ein rechtmäßiger Adelsanführersohn Bürgermeistersohn der dann verstoßen wurde weil sein Vorfahr Mist gebaut hat der ist ein toller Kämpfer ist ein geborener Anführer und ich meine es ist schon klar warum das drin ist weil die Leute was weil man glaubt dass man was braucht dass die Leute relaten können und dann hat man natürlich als Gegenstück dann einfach auch nochmal mit dem All-Fat auch nochmal eine Grima Schlangenzunge 2.0 in Mr. Bean Style reingepackt ja ja ich meine auch der Bürgermeister so sehr ich Stephen Fry mag aber so dermaßen unpassend in diesem ganzen Ding dieses Klamaukige was er mit mit da drin hat oh das reißt auch ein wieder so ein Slapstick was einen rausreißt was überhaupt nicht hier reinpasst naja ich hab dieses Mal hab ich übrigens drauf geachtet äh Stephen Colbert ist mir aufgefallen wo er aufgetaucht ist als als Bewohner der Seestadt ich wusste also ich wusste dass Stephen Colbert drin ist ähm übrigens kann ich an der Stelle auch nur empfehlen googelt mal bei YouTube schaut mal bei YouTube Stephen Colbert und äh Evergeline Lilly oder war das mit mit oder war das mit mit Arwen hier mit mit der Liv Tyler weiß ich nicht es gibt auf jeden Fall hat er ich glaube oder Liv Tyler im ich glaube er hat Liv Tyler zu Gast einer von beiden hat er auf jeden Fall zu Gast und äh Stephen Colbert ist ja ja Herr der Ringe Obernerd und äh definitiv großartige Folge werde ich dazu nicht sagen googelt einfach Stephen Colbert Lord of the Rings Late Show großartig und ja deswegen wusste ich dass er drin ist aber in dem Moment habe ich ihn nicht erkannt äh hätte ich auch nicht wenn ich es nicht gewusst hätte dass er überhaupt drin ist äh aber klar so wie diese dieser dieser Obdachlose oder dieser Fischer oder was auch immer er darstellen soll solange wie der im Bild ist ist klar hallo hier look look you have to know this guy ja ach übrigens zu den zu den zu den Cameos das war auch so ein bisschen zu sehr was man nicht brauchte was mich am Anfang des Films direkt rausgerissen hat Peter Jackson wie der Film durch den durch die Szene läuft so subtil halt eher nicht so ne und dann ne überhaupt nicht ja und auch so Bugs Bunny Style halt hab ich ja mal am Anfang gesagt wie ein Bugs Bunny so die Karotte futtern ja die Parallelen gehen halt weiter es ist ja nicht nur dass wir halt so es ist halt praktisch der Truchses ist der ist die ist Stephen Fry ist halt der Truchses in Albarn ja und Grima ist halt dieser Allfett in Mr. Bean Style und es ist ja es ist es ist so in your face und so on the nose und ah es nervt ja auch das dass die überhaupt in Seestadt erst rein können wenn der Bürgermeister es erlaubt und ich meine wie soll er von seinen tausend Einwohnern jeden wirklich kennen ist erstmal eine ganz andere Frage dass die nicht einfach so da rein spazieren können aber das ist so nervig wieso muss man das aufblasen konzentriert klar wir haben noch wir haben noch anderthalb Stunden in diesem Film und die müssen gefüllt werden und wir mussten ja so lange schießen weil wir kein Skript haben aber das und das das Set ist so toll wir müssen es unbedingt noch ausnutzen damit uns nicht zu viel Geld verloren geht in diesem ganzen Geldgrab was wir hier uns geschaffen haben ja aber Bart der der Bogenschütze er ist ähnlich aufgebaut was an seiner Hintergrundstory was was in den Büchern angeht vielleicht jetzt nicht unbedingt mit seiner Familie so dermaßen wie sie es drin haben aber er ist auch ein Nachfahr von einem der letzten Lords von Dale von der Stadt von Dale und er hat halt dann wieder gut gemacht was sein Vorfahr nicht hinbekommen hat ja ganz genau dann sind sie halt in dieser Stadt und was halt dann auch irgendwie so gar nicht passt ist erst mag keiner die Zwerge also zumindest der Bürgermeister nicht dann sagt dann halt der Torin ey schabt Geld dann finden sie es alle super und dann hilft aber dem kranken Kili dann halt später auch keiner mehr obwohl die doch jetzt eigentlich alle auf Zwergenseite sind und dass das dann auch so weißt du dass das dann halt auch noch so dieses das gleiche Gift ist wie dann beim Hexenkönig wie der bei der Hexenköniglinge damit sie dann auch dieses komische Kraut dann da nochmal rausholen können und nochmal die gleichen Sprüche aufsagen können genau richtig und nochmal die gleichen Sprüche aufsagen können und so weiter ich so ja get it okay das ist jetzt nicht weißt du das ist nicht warum ich den Herr der Ringe geguckt habe also die hätten jetzt auch Lembersbrot essen können toll ja schön I don't care ja naja naja gut es ist im Prinzip das gleiche die Menschen glauben an eine alte Prophezeiung als die Zwerge da auftauchen ich meine es ist ja auch 200 Jahre her nachdem dass das passiert ist Menschen sind ja auch hier nicht unsterblich die Zwerge können ihre 1000 Jahre alt werden zumindest Durin war irgendwie mehrere 1000 Jahre alt und selbst Gimli war zu der Zeit irgendwas wie 90 Jahre alt schon als der als die Szenen passiert sind aber er durfte nicht mit weil er noch zu jung und unerfahren für Zwerge war was ich völlig vergessen hatte vielleicht war das auch in der Kinoversion nicht drin jetzt nur in der Extended Version ist das jetzt halt Gimli der Sohn von keine Ahnung von irgendjemand war das war auch dann auch der Sohn von irgendjemand ja ja Gimli war der Sohn von Gloin ja genau okay aber das das ist das ist Lore das ist okay das ist Lore okay ja und dementsprechend wie ich gerade gesagt habe Gimli ist zu der Zeit schon irgendwie 80 oder 90 Jahre alt irgendwie so in der Richtung lass es 60 sein aber ist auf jeden Fall laut nach nach Menschengedenken ist er schon ist er schon ziemlich alt aber in Zwergenjahren ist er noch nicht alt ist er noch sehr jung jung und unerfahren und durfte dementsprechend nicht sich an die 13 dran heften verstehe was wir was ich vorher noch völlig vergessen hatte das hatte ich mir notiert aber ich habe es am Ende notiert beim Franduil der hat ja diese 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 Narbe aus dem Drachenkampf oder so das wird überhaupt nicht mehr auf das kommt glaube ich wird es im nächsten Teil noch aufgeklärt wo er diese diese fette Entstellung hat wie Javier Bardem in in Spectre glaube ich nee nicht in Spectre in äh genau in dem weiß ich nicht den dritten Teil habe ich den dritten Teil habe ich einmal im Kino gesehen und dann nie wieder genauso wie die ich diese Filme wahrscheinlich nach diesem Podcast nie wieder sehen werde ich glaube nämlich auch nicht dass diese Narbe aufgeklärt wird das heißt der der rennt also die ganze Zeit mit so einem Zauberspruch rum die seine Entstellung verdecken soll ja hast du auch nur so zur Kenntnis genommen ich wollte gerade sagen ist dir gar nicht aufgefallen wenn der mit Legolas redet dann hat er auf einmal dann redet er mit ihm und dann sagt er so ja hier schau mal wie ich für das Volk gelitten habe und plötzlich verwandelt er sich hat eine fette Narbe also ist richtig entstellt so wie Javier Bardem in Skyfall wenn er sein Gebiss rausnimmt genau so sieht er dann aus es kann wirklich sein dass ich an dieser Stelle für zwei Minuten weg bin ja offensichtlich ja offensichtlich und ich glaube das kommt auch nie wieder vor und ich glaube das kommt auch nie wieder vor dass das waren so die Vibes die ich dafür spürt hatte und dann habe ich noch wo wir jetzt gerade schon bei beim ich wollte nämlich schon zweimal nämlich Sherry von Nottingham sagen und nicht Bürgermeister weil halt Stephen Fry so Sherry von Nottingham Vibes hat ja ja der läuft so rum wie so von Nottingham bitten ja genau ja und 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 Barth halt so der Robin Hood ist so kommt mir das vor ja und das ist halt das ist halt dann auch einfach nicht mal das ist so eine klassische Hollywood by the book Backstory ja ich meine ich kann es auch wieder hier verstehen warum sie das ein bisschen aufgebläht haben weil wenn wir wirklich nur kurz in Seestadt ankommen und wieder abhauen interessiert es auch keinen Schwein wenn Smaug da ankommt und Seestadt halb zerstört ja deshalb ja aber diese künstliche Story mit einem drittklassigen Grima äh und ähm Dänetor der da irgendwie unterwegs sein soll nee äh das das ist viel zu viel und ich meine lasst die Filme meinetwegen drei Filme sein aber dann wäre doch auch mal ein Vorschlag drei 90 Minuten lange Filme zum Beispiel du beschwerst dich ja auch immer darüber dass die Filme heutzutage zu lang äh zu lang sind ähm dafür sitzt man aber bei Serien und schaut sich zehn Folgen hintereinander an die teilweise auch über sechs Folgen nichts zu erzählen haben siehe PK ja und ich hab jetzt heute schon hab jetzt heute schon einen Link gesehen ich hab ihn ich bin noch nicht ich bin ihm noch nicht gefolgt ich hab ihn mir noch abgespeichert wo die Obi-Wan Serie jetzt auf zweieinhalb Stunden runtergekürzt wurde und ich sage dir dann ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht ja die einzige Form wo ich mir diesen Film wahrscheinlich nochmal ansehen werde ist dieser Fan-Edit wo alles in glaube ich drei oder dreieinhalb Stunden zusammengefasst wurde und der ganze das ganze Fett einfach rausgeschnitten äh und die sinnlosen Stellen das ist diese Art und Weise des Films die ich mir den nochmal anschaue wo ich empfehlen kann schaut euch Fan-Edits an ladet euch die runter die kann man relativ leicht im Netz bekommen und es gibt die verschiedensten Versionen auch wirklich gute die dahinter sind und genießt lieber so den Hobbit anstatt euch durch auch noch drei Extended-Versionen durchzuhauen ich habe jetzt schon keine Lust diesen dritten zu gucken jetzt müssen wir aber erstmal raus wir müssen weiter wir müssen raus aus Seestadt und müssen jetzt auf den Erebor rauf auch das wird wieder krass gekürzt wo also die Zwerge im Buch mehrere Tage vor der Tür verbringen auf der Suche nach dem Tor ähm ist es hier auch geben die also dafür dass die halt wunderweiß was hinter sich haben geben die halt so unglaublich schnell auf ja dann war so ah ja haben wir jetzt verpasst den Zeitpunkt dann gehen wir halt wieder okay gehen wir halt wieder okay ich hatte mich ja schon beim ersten Schauen mal gefragt bei dieser geheimen Treppe wie kann man diese Treppe eigentlich hochklettern ja ja du musst du musst du musst du kletterst nach rechts hoch und dann musst du auf die linken Stufen musst du rüber springen da musst du richtig fit sein dass du da hoch und weit genug springst und du musst dann die Kraft haben dich hochzuziehen weil wenn du das nicht schaffst dann fällst du halt mindestens mal drei bis vier Meter nach unten und wenn du Pech hast weil das ja so Imperium Style ähm Empire Style aufgebaut ist also kein Geländer da ist und wenn du Pech hast dann wieder ganz runter also ja das habe ich mich auch gefragt vor allem dann halt noch Zwerge und Hobbits ne ja ich meine im Buch wurde diese Treppe wirklich irgendwie als nur leicht in Stein gehauen beschrieben und hier ist es halt Teil eines großen Kunstwerkes was da ist die so verborgen eigentlich nicht ist ich wollte gerade sagen ja also eigentlich ist die überhaupt nicht zu übersehen aber gut genau ja sie gehen weiter und kommen zum wichtigsten Teil des Films oder der ganzen äh der Film Filmreihe und einen der spaßigsten Teile im Buch da kommen sie nämlich jetzt an warum ist das im Buch einer der spaßigsten Teile für dich ähm weil es für mich einen ähnlichen Impact hat wie das Rätselraten äh mit Gollum die ähm äh dieses hin und her zwischen Bilbo und Smaug hat mir immer sehr viel Spaß gemacht vor allen Dingen ist es ja im Buch auch noch ein bisschen anders Bilbo schleicht sich erstmal durch kommt mit einem kleinen Pokal äh zurück weil er den Drachen schlafen sieht und irgendwas zum Beweis haben möchte für die Zwerge dass er äh 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 da auch ähm sich gut reinschleichen kann und beim zweiten Mal erst äh offenbart Smaug dass er schon beim ersten Mal gemerkt hat dass er drin war ach so Moment ich bin noch vor der Tür ach so vor der Tür okay ich bin noch vor der Tür ich denke gerade so okay was war jetzt an der Türszene so amüsant für dich aber hey ne gut die Tür habe ich jetzt übersprungen ja aber es stimmt schon also äh hier hüpft er dann ja rein ich glaube da war da nicht auch glaube ich eine Änderung zum Buch das ist glaube ich äh im Buch ist es glaube ich die Drossel die ihnen dann den entscheidenden Hinweis irgendwie gibt weil der Tiere dann da auch irgendwas war da glaube ich bin ich mir ganz sicher die Experten da draußen ihr werdet das wissen und ihr habt wahrscheinlich jetzt schon angefangen in die Kommentare zu schreiben was wir alles wieder teilweise für einen Unsinn hier erzählen ähm es bleibt ja auch im Buch kein Zwerg in Seestadt zurück ne aber klar das müssen wir halt haben damit halt die Tauriel noch ein bisschen was zu helfen hat äh schon klar äh ja dann ist es halt eben im Buch ist es eine Drossel die sich eine Schnecke geschnappt hat und sie gegen den äh Stimmt richtig genau so war das und hier ist es eigentlich auch ich meine es sind Mondbuchstaben warum soll es halt nicht auch Mondlicht sein aber okay Haken dran ne das ist eigentlich gar nicht so es ist eigentlich relativ logisch ne beim ersten Licht oder beim letzten Licht des Durinstages sollte das Schüsselloch präsentiert werden was wäre wenn es jetzt halt geregnet hätte also egal Hänse Pescheabt ja Hänse Pescheabt na gut okay ähm und dann gehen sie rein beziehungsweise der Billbo geht erst rein ja und dann kommt halt auch so ein bisschen das Herzstück äh des des Buches eigentlich nämlich wie du gerade eben gesagt hast dieses dieses Rededuell und das kommt mir halt auch sehr kurz also sag ich mal so du hast halt schon zwei Stunden hinter dir bevor das Highlight erst kommt da hast da tut der Hintern schon weh ne und und dazu wird die ganze Schose halt auch noch mehrfach unterbrochen durch ja durch Seestadtplot und äh auch noch durch ähm den Gandalfplot auf den wir gleich nochmal eingehen ja und das nimmt halt sehr viel von der Wichtigkeit also erstmal es kommt halt an einer sehr unpassenden Stelle dein Arsch ist so platt gesessen du musst schon langsam aufs Klo und so und dann für mich ganz ehrlich war im Kino dieser Schatz einfach schon zu ja wie ich es am Eingang sagte das das ich hab halt gedacht in jedem Moment kommt da Robert Duck um die Ecke geschwommen ja aus den Münzen und springt in seinem Geld ja es hätte wirklich es war einfach ganz ehrlich das war du weißt wo es auch too much war bei irgendeinem Mumie ich glaub bei die Mumie 2 die Mumie der war ja auch so katastrophal ja da sind sie auch am Ende bei so einem Schatz und der ist auch so völlig drüber der ist so völlig drüber und denkst du ne komm da find ich halt so bei bei hier beim ersten Fluch der Gräbig teil das war eine Schatzkiste da war ein Gold Dublon drin fertig ja aber es muss also erstens waren wir ja wieder wie gesagt Kinderbuch und der Drache muss auf einem Berg von Gold sitzen und das tut er ja im Buch auch entsprechend also dementsprechend hat mich das gar nicht mal so gestört ich fand das beeindruckend ja das ist in allen Ecken irgendwo was ist aber hat man die Größe von so einem Smaug muss man natürlich auch die Größe des Goldbergs entsprechend anpassen und es passt ja auch dann wieder zu der Sage die zuletzt da hingeführt hat durch durch den Ring wo die den Zror hatte wo die die Habg der Zwerge so dermaßen ins nach oben getrieben dass sie so viele Schätze gehortet haben dass es einfach die Drachen auch angezogen hat ja gut verstehe ich schon aber er sitzt ja auf dem Berg und nicht drunter ja das das habe ich ich verstehe den ich verstehe den Überraschungseffekt den man sich dann mit machen will das ist halt das Filmische aber für mich wäre es auch völlig okay gewesen wenn er drauf gesessen hätte und das wäre dann auch mal wieder wie es mit Hitchcock wäre dann hätten wir gewusst wo er wo er ist dann hätte auch im Bilbo gewusst wo er ist und dann hätte er erst recht aufpassen müssen um leise zu sein und nicht erst nachdem er entdeckt hat dass der Drache da ist ja zum Beispiel aber das habe ich auch gelernt in der Vorbereitung ein bisschen habe ich mich hier vorbereitet dass Drachen ja dann also in dem Herr der Ringe Universum ihren Schatz dann so genau kennen dass sie das auch merken wenn nur eine Münze fehlt genau und deshalb ist es in dem Buch auch so dass er merkt dass der Pokal nicht mehr da ist total ausrastet einmal um den Berg rumfliegt quasi alles verbrennt so dass die Zwerge in diese Tür sich verziehen mussten und er den Eingang hinter denen zerstört ja und deshalb waren die im Berg auch gefangen ja und das macht für mich auch wesentlich mehr Sinn aber auch hier haben wir wieder das dritte Action Piece das halt völlig over the top ist nämlich diese ganze Drachen Bekämpfungsmaschine und man hat irgendwie das Gefühl ja wenn 13 Zwerge das hinkriegen den Drachen zu vertreiben wieso haben das dann zehntausende Zwerge nicht geschafft ok und wie passend dass da genau diese Schmiede ist es war halt diese ganze Konstruktion war halt wie ein Videospiel diese ganze Sequenz war wie ein Videospiel und es war halt einfach alles viel zu passgenau ja ich meine im Buch ist es auch wieder so es gibt dann das Rededuell zwischen Bilbo und Smaug und dann kommt Smaug irgendwann da drauf dass er dass das ja irgendwas mit Seestadt zu tun haben könnte und haut entsprechend ab und die Zwerge haben im Prinzip gar nichts gemacht und die haben den Drachen auch gar nicht vertrieben das ist alles das der Verdienst der Seestadt und Bart dass die überhaupt sich nicht mehr mit Smaug beschäftigen müssen ja das ist am Ende des Tages für mich auch die logischere und die in sich schlüssigere Story also ganz ehrlich die mich auch mehr überzeugt wie gesagt hier muss das Action Piece wieder aufgebaut werden und das war für mich es war drüber und es war so drüber auch es war auch wirklich ganz krass an der Grenze wenn man sich mittlerweile das CGI angesehen hat ich weiß nicht ob es daran lag dass es eine Extended Version war und die einige Szenen hinzugefügt hat muss ich mir nochmal auf Schnittberichte ansehen was jetzt hinzugefügt wurde aber mir kam das teilweise so dermaßen beschissen gerendert vor dass ich wirklich gedacht habe wie sind die damit überhaupt durchgekommen richtig ich habe mir hier notiert Greenscreen Galore in der großen Halle also das sieht auch teilweise so aus als hätte man überhaupt nicht bei den Versuch unternommen irgendwie sowas zu fixen so scheiße das muss raus in zwei Wochen haben wir Release war das nicht Peter Jackson der auch irgendwie an der Herr der Ringe Version so praktisch bis Stunden vor der Premiere geschnippelt hat war das nicht genau ich glaube auch weil dieses Bild hat auch überhaupt keine Tiefe du kriegst überhaupt keine Dimensionen kein Gefühl für diese großen Räume was hat Moria für eine Tiefe wo auch wo die dann durch diese riesige Halle laufen und Gandalf so seinen Stab entzündet und da merkst du erstmal Alter ist das groß und hier hast halt immer das Gefühl ja ihr rennt halt gerade in einem komplett grünen Raum rum und ich sehe es halt leider auch und ja ich meine ich verstehe ich verstehe es so ein bisschen dass sie Benedict Cumberbatch noch ein bisschen zu tun geben wollten und ich verstehe auch dass die Szene mit Smaug im Buch im Prinzip auch nur relativ kurz ist dafür dass sie den Film Smaugs eine öde nennen müssen sie dann auch Smaug ein bisschen mehr zeigen aber das war das war halt dieses total over the top hätten die Zeit dafür gehabt sich Gedanken herum zu machen und was ordentliches zu schreiben dann wäre vielleicht auch noch was ordentliches dabei rausgekommen aber das ist so eine Action Szene die sie sich auch on the fly ausgedacht haben und die gedacht haben ja dann müssen wir noch das noch tun und dann müssen wir am Ende mit einem See ausgeschmolzenen Gold vertreiben wir dann den Drachen ähm nein also ich wie gesagt ich finde den Anfang ich finde den Anfang auch immer noch ganz gut das Rededuell zwischen Smaug und Bilbo wir haben eine schöne Sherlock Reunion wir haben einen guten Benedict Cumberbatch der ähm äh der auch in der in seiner veränderten Stimme immer noch gut rüberkommt ähm aber und uns uns selbst wo sie versuchen dann abzuhauen und dann plötzlich über den der riesige Leib des Drachens her klettern wäre ja auch hätte man auch wunderbar Suspense rausmachen können dass die sich einfach vor dem verstecken bis er irgendwann dann einsieht durch einen Pieker den die dem geben jetzt die müssen von Seestadt kommen jetzt mache ich Seestadt platt aber dieses diese ganze Schmiede die dann reaktiviert wird und diese goldene Statue äh die die dann mit Leichtigkeit umkippen und ähnliches das tut tat weh und tut immer noch weh ja allerdings ist auch in sich da nicht logisch also erst heißt es er kann Zwerge riechen bis irgendwann dann können sie unter ihm durchlaufen er kriegt das überhaupt nichts mit ja dann wie gesagt das auch mit dem Gold jetzt mal so das würde halt auch nicht funktionieren also ich meine entweder ist er jetzt mit Gold überzogen dann wird er irgendwann da ist auch ein Drache dann hin also ja alles ja und auch und dann haben wir wieder die Benutzung des Rings die auch hier wieder näher am Heer der Ringe drin ist als am Hobbit ich meine es sind wie viele Jahre noch äh Bilbo ist 60 und 120 ist der wenn der ist noch 60 Jahre später oder 50 Jahre später und Bilbo hat doch noch 40, 50 Jahre diesen Ring und benutzt ihn doch auch noch regelmäßig er wird den doch nicht mehr benutzen wenn er jedes Mal dieses scheiß Auge da sieht ja ja und vor allem dann nicht auf der auf der auf der Party einfach nur zu verschwinden ja und dann und dann muss auch unbedingt noch Smaug einmal Precious sagen ja mein Schatz ja ja ich weiß das habe ich mir auch notiert das war echt das war wirklich so und das ist dann einfach das wo ich sage so ja bei Herr der Ringe bin ich aus den Filmen raus und habe mir gedacht ach schade dass der Film schon vorbei ist oh cool es gibt eine Extended Edition die ist 20 Minuten länger geil und hier ist es so ach so okay das wolltet mir also ihr wolltet mir also erzählen okay ja okay danke ich gucke es nicht nochmal aber auch hier es ist der Unterschied zwischen drei Jahre Vorbereitung und drei Monate Vorbereitung äh für den für den ganzen Scheiß beim Herr der Ringe was war das hatten die drei Jahre Vorbereitung bevor die überhaupt angefangen haben zu drehen hier hatten die auch ein paar Jahre dann wurde das Ganze umgeschmissen dann hatten sie drei Monate um das Ganze äh vorzubereiten und ich wiederhole es nochmal so sieht es auch aus die hatten keinen Plan und die mussten on the fly das alles drehen und dementsprechend schrecklich ist es äh geworden und für mich gibt es da auch wenig zu verteidigen wenn die sich selbst am Ende auf ich meine am Ende muss wahrscheinlich Peter Jackson einfach nur die Arme in die Höhe geschmissen haben und gesagt hat macht doch den Scheiß den ihr haben wollt und ich mach euch dieses äh Love Triangle drin und wir machen äh Bart noch ein bisschen wichtiger und wir machen Stephen Fry muss auch noch ein paar Szenen da drin haben macht doch was ihr wollt ich will mit diesem Scheiß einfach nur fertig werden ja und dann haben wir am Ende dieses Cliffhanger Ende wo also dann der Smaug zur Seestadt fliegt und dann hat das Elend dann auch ein Ende wobei was heißt Elend wie gesagt es war halt so ich war auch jetzt wieder achselzuckend und ich bin auch achselzuckend aus dem Kino raus und man hat halt nicht irgendwie drin gesessen und hat sich halt gedacht oh fuck jetzt noch ein Jahr warten sondern es war so oh ja dann gucken wir es halt nächstes Jahr weiter man hat sich damals schon gedacht als man auch so zumindest ich als ähm ein großer Fan des Buches jetzt noch ein Film was wollen die in diesem Film denn alles machen 1920 Minuten 320 Minuten nur Schlacht am Ende war es dann 300 Minuten 180 Minuten nur Schlacht irgendwie so keine Ahnung aber es ist es ist so schade es ist so viel Potenzial dahinter und man hätte so einen schönen fantasievollen Film daraus machen können und man hatte super wir haben hier noch nicht mal den ganzen Schmurks erwähnt mit Gandalf der seine Side Story hatte ganz genau da wollte ich jetzt zum Schluss auch noch kurz drauf einsteigen denn wir haben hier noch eine völlig ähm hinzuge oder es ist ja auch der ganze Gold Gold Guldur Plot ist ja nicht hinzug gedacht sondern der kommt ja eben aus diesen Anhängen und aus diesen Silmarillion Kram und ähm wie gesagt ich hatte es eingangs gesagt diese ähm Doll Guldur dieses Doll Guldur Set das sieht halt richtig cheesy aus also so richtig 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 cheesy aus da findet er dann den den Trine der also dann doch nicht tot ist sondern irgendwie besessen ist das einzig positiv was dem ganzen Ding abgewinnen kann das ist wirklich das einzig positive dass endlich mal ein Zauberer auch mal so 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 zaubern darf also so richtig so mit Feuerbällen und Schutz zaubern und so das hat mir beim Herr der Ringe immer so ein bisschen gefehlt dass der Zauberer eigentlich gar nicht so richtig so so richtig zaubert ne auch als er dann gegen Saruman kämpft dann sieht man ja keine also da finde ich halt so Harry Potter versus Voldemort das ist so ein schöner Zauberkampf da hauen die mit den Zauberstäben und so so stelle ich mir das halt vor und da war ich dann bei Christopher Lee versus Ian McKellen ein bisschen enttäuscht und hier darf er wenigstens mal ein bisschen zaubern aber es ist halt auch was was am Ende halt einfach nur reingeschustert wurde damit man irgendwie so eine Verbindung zum Sauren dann herstellt aber am Ende des Tages ja Mai ja ich werde für das nächste Mal mir nochmal ein bisschen mehr einlesen in die ganze Dol Guldur Geschichte weil es stimmt mehr oder weniger was wir da sehen und das dann letztendlich saurander vertrieben wurde aber es passt nicht ganz mit der Timeline einher die eigentlich in den Büchern die man eigentlich in den Büchern hat das ist nicht eins zu eins in dem wie es gezeigt wird es ist viel von den Fakten mit verarbeitet worden aber nicht in der Parallelität wie sie hier dargestellt wird ok dann bin ich mal gespannt und das ist ja dann auch für euch ein Grund liebe Hörer beim nächsten Mal dann auf jeden Fall wieder einzuschalten wenn der Michael seine Hausaufgaben gemacht hat ja gut dann skippen wir noch den Dol Guldur Plot für heute mal wir haben jetzt auch schon fast über anderthalb Stunden über einen Film gesprochen bei dem man sich halt auch fragt warum muss der jetzt zweieinhalb Stunden lang sein das soll halt episch wirken aber es ist am Ende einfach so eine Mogelpackung man packt halt einfach viele Subplots rein damit es irgendwie mächtig wirkt und am Ende des Tages ist halt Bilbo die Nebenfigur in seinem eigenen Film und das ist einfach schade ne ja dann würde ich sagen liebe Freunde wenn euch das heute hier gefallen hat dann lasst doch mal ein Däumel nach oben da was ist eure Meinung zum zweiten Hobbit Film schreibt es in die Kommentare schickt uns eine E-Mail an info at nerdizismus punkt de oder kommt auf unseren Discord at nerdizismus punkt de slash Discord ganz genau oder eine WhatsApp an die 01525 964 7709 01525 964 7709 da freuen wir uns auf jeden Fall drüber auf eure Meinungen euer Feedback dann beim nächsten Mal einzugehen und natürlich empfehlt uns weiter an alle Herr der Ringe verrückten da draußen wir werden die Serie besprechen wir werden auch die Game of Thrones Serie besprechen also hier wird Fantasy Stuff Galor geboten also empfehlt uns euren Lapa Freunden euren Fantasy Freunden euren Cosby Freunden euren Freunden aus der Herr der Ringe Society und allen Besuchern der Tolkien Tage also da freuen wir uns natürlich auf jeden Fall Bewertungen bei IT und Spotify oder bei Podcast Addict wir haben so viele Hörer über Podcast Addict und so viele so wenig Bewertungen bei Podcast Addict das kann nicht sein liebe Freunde da draußen tausende von Menschen laden jeden Monat laut unseren Statistiken diesen Podcast über Podcast Addict runter wir haben da gerade mal fünf oder sechs Bewertungen das kann nicht sein ändert da mal was dran da würden wir uns freuen so in diesem Sinne wir wollen nicht euer Geld wir wollen eure Meinung so sieht's aus so sieht's aus so in diesem Sinne macht Idiot hat raus Michael dir vielen Dank viel Spaß noch bei dem was ihr gerade getan habt oder noch weiter tun werdet und in diesem Sinne bis zum dritten Teil von der Herr der Ringe ne nicht von der Herr der Ringe von der Hobbit die Schlacht der fünf Heere wäre es nur schon der Herr der Ringe ja wäre es schon nur der Herr der Ringe in diesem Sinne macht dich bis dann tschüss eine Produktion des Podcast Imperiums und in diesem Sinne bis zum dritten Teil